Ja, ich trainiert, zack, Kreuzbein gerissen. Unsere Physiotherapeutin, irgendwie einen Platz davor, hat mit einer Reha-Spielerin trainiert. Und dann, ich lag da natürlich, ich habe geheult wie ein Schlosshund. Und alle so, hey, Physio, Physio. Sie guckt und sieht diese Schuhe und sie so, nein. Aber ich habe eine E-Mail an den Trainer von Bayer Leverkusen geschrieben. Hey, ich bin Frederike. Oder nur, weil eine Person sagt, du kannst es nicht, glaubt dieser Person nicht. Du kannst es, hör auf dich selber und vertraue auch in dich selber. Vom Gefühl her war es so, als wenn mein Oberschenkel und mein Unterschenkel in verschiedene Richtungen rotieren, agieren, wie auch immer sich bewegen. Aber irgendwann bin ich halt an den Punkt gekommen, wo ich mir dachte, boah, ich zeige es dir jetzt erst recht. Was glaubst du eigentlich, wie du mich hier bewerten kannst? Das steht aber auch auf der Kante, oder? Da unten, der vordere Fuß. Ja, das ist richtig, das muss ja ein bisschen Spaß machen. No risk, no fun. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Ich habe kein Zeitempfinden mehr, kein gar nichts, es ist komplett egal. Alles gut. Du vergisst dich drin auch, ne? Es ist wirklich so. Ja, das glaube ich. Jetzt kannst du den ganzen Tag drin verbringen, bloß Nacht. Und damit hallo und herzlich willkommen im The Hashtag PFL Podcast. Ich sage jetzt was, was ich noch nie gesagt habe zu Beginn, weil ich es immer wieder vergesse. Wenn euch das Ganze hier gefällt und ihr weiter Folgen hören wollt, sehen wollt mit Persönlichkeiten des öffentlichen Sportlebens aus Leipzig. Oder was auch immer spannende Geschichten hören, sehen wollt, dann gerne Abo da lassen. Daumen nach oben, glaube ich, bei YouTube sagt man noch dazu. Was noch? Aktiviert die Glocke, ganz wichtig. Und fünf Stande bei Spotify, wenn euch das Ganze gefällt. Und lange Rede, kurzer Sinn. Ich freue mich sehr, heute wieder mal eine Dame begrüßen zu dürfen, weil ich habe sehr viel, nicht sehr viel, aber schon auch Meldungen bekommen, dass der Geschlechteranteil eine klare Tendenz hat bei mir in meinem Podcast. Und umso mehr freue ich mich, dass du heute da bist. Frederike Kempe, tach, tach. Hi, danke für die Einladung. Ja, schön, dass es klappt. Schön, dass es funktioniert. Wir haben jetzt Aufnahmestand der 25. Ja. 25.1. Online in einem guten Monat. Das heißt, nur zur Info, wir klammern jetzt quasi sportlich gesehen alles aus, weil wir einfach nicht wissen, was passiert und wann es passiert und so weiter und so fort. Aber Vorbereitung habt ihr gerade gemacht, zum Beispiel bei RB. Aber der erste Satz, die erste Frage ist eigentlich immer gleich an den Gast. Wer bist du? Was machst du? Wenn dich jemand fragt, was sagst du da selber? Ja, ich bin Frederike Kempe, bin 26 Jahre alt und spiele aktuell bei RB Leipzig Fußball in der ersten Form Bundesliga. und ja, das sage ich. Das ist jetzt nicht so viel. Und dann ist das Gespräch meistens so, wie ist das, wenn du unterwegs bist und jemand dich nicht kennt und du das so erzählst? Gibt es da ein ähnliches Staunen, wie wenn jetzt zum Beispiel ein Mann sagt, dass er Fußballprofi ist oder ist das, wie ist das so die Reaktion? Ja, es ist sehr unterschiedlich. Also tatsächlich gerade Männer finden das immer cool und reagieren halt immer so, wow, geil, wie ist das und erzähl mal. Aber jetzt mittlerweile also schon auch immer mehr Frauen, dass du merkst, dass die sich auch dafür interessieren und ja, wenn man erste Bundesliga hört, dann ist schon klar, dass immer erst mal dieser Wow-Effekt ist, glaube ich. Ja. Was sind dann so für typische Fragen, die so kommen? Also eine häufige Frage ist auf jeden Fall, wie oft trainiert ihr? Wie oft trainiert ihr am Tag, in der Woche? Das ist eine der häufigsten Fragen. Das ist schön, weil das ist ja ein sportlicher Bezug. Ja. Es gibt auch die eine oder andere Frage, die sich nicht auf den Sport bezieht, die lasse ich aber, glaube ich, lieber aus. Gerade von den Männern kommen solche Fragen häufig. Ja, aber so einige Klischees aus dem Frauenfußball, die es halt ja von. Früher irgendwie gibt, die werden dann doch gerne angesprochen. Gibt es da eine klare Tendenz, wie alt die Männer sind, die so ein Klischee bedienen? Weil ich kann halt nur in meinem Umfeld rumgucken und habe wirklich das Gefühl, dass zumindest blöd genug, das so zu sagen, aber zumindest eine Grundakzeptanz da ist. Ja. Und Interesse da ist. Ja, also ich glaube, dieses, also musst du mir sagen, ob das stimmt, aber dieses Interesse und die Akzeptanz ist jetzt auch vermehrt in den letzten Jahren entstanden. Aber ich kann jetzt nicht sagen, okay, es sind jetzt ältere Männer, die irgendwie auf so Klischees gehen oder jüngere. Also es ist unterschiedlich tatsächlich. Mein erster Bezugspunkt, Frauenfußball, ich glaube, war, da war ich zehn. Das war, da warst du auch zehn. Super. Ne, du warst schon elf. Du warst schon elf. Ne, warte mal. Ne, du warst zehn und ich war erst noch neun. Mathe Grundkurs, es ist Spiel, es war 2007, verdammt. Wieder Mathematik. Es war 2007, Frauen-WM, WM-Titel. So, das war mein erster Bezugspunkt, weil ich weiß, dass, also da hat meine Mom halt Finale geschaut oder jetzt nicht ein paar Spiele, ich weiß es nicht mehr, ob wie viel das waren, aber ich weiß ganz genau, dass das Thema zu Hause war. mit Birgit Prinz ganz vorne mit dabei, mit Anja Mittag ja auch, 2007, Gare Frekes, so diese Schiene, das war mein erster Bezugspunkt und deswegen, ich bin sehr früh mit der Zauberwelt Frauenfußball in Kontakt gekommen, einfach weil meine Mom da halt schon, also meine Mom war immer, seit ich denken kann, immer auf dem Trichter, und wie viele WM-Titel haben die Frauen? Wie viele WM-Titel haben die Männer? Also schon immer. So, deswegen habe ich so einen gewissen Grundrespekt gehabt und, hallo Mom, so eine gewisse hinschubsende Grunderziehung so in die Richtung einfach. Deswegen für mich war das Thema, dann war ich 2011, da haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen im Off, bei der Frauen-WM im eigenen Land in Dresden. War auch ein legendäres Spiel, das war das Spiel, wo da das komplette Stadion kurz dunkel geworden ist für 10-15 Minuten Stromausfall. Mitten im Spiel, da war es bumm, 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 und dann waren zwei, drei Dynamo-Fans mit im Stadion. Und unten war Kanada gegen Nigeria und es schwappte ein Dynamo-Wechselgesang durchs Stadion. Hin und her, 10-15 Minuten, die Spielerinnen unten auf dem Platz standen da wie, hä hä hä. Was ist das? Das war so cool und da war ich halt Flaggenkind. Und da habe ich mich auch mega gefreut. Also mein Respekt vor Frauenfußball ist schon immer da. Würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich schaue eben auch seit 12 Bundesliga. Aber ich kriege zumindest so ganz grob, strukturiert, seit wann ist Roseburg erfolgreich? Wann haben die ein Triple gewonnen? War Potsdam davor erfolgreich mit Tabea Kempe und Co.? Kempe. Kempe. Kempe hier. Kempe nicht hier. Das kriege ich schon hin, weiß nicht. Aber warst du als Kind direkt sofort Fußballerin oder was wollte die kleine Friederike Kempe werden früher? Ja, also ich habe schon relativ früh angefangen mit dem Ball zu spielen und habe halt immer zu Hause im Garten gekickt. Habe da die Blumen von meiner Mama immer kaputt geschossen, die war dann irgendwann richtig sauer und hat gesagt, komm, probier es doch mal im Verein, wenn es dir so viel Spaß macht. Also deshalb, ich habe da schon früh Berührungspunkte mit gehabt. Es war aber nicht so, dass ich nur Fußball von Beginn an gemacht habe. Ich bin auch sehr, sehr lange geschwommen und war da auch relativ gut, würde ich behaupten. Also ich habe es schon auch auf Leistung gemacht. Also ich war auch bei den südwestfälischen Meisterschaften und irgendwann bin ich aber dann an diesen Punkt gekommen, wo ich mich entscheiden musste, willst du Fußball spielen oder willst du schwimmen? Weil es einfach zeitlich beides nicht mehr miteinander zu vereinbaren war und es einfach zu viel wurde. Und wenn du es professionell machen willst, dann musst du dich halt irgendwann entscheiden für eine Sache, die du dann halt auch voll durchziehst. Genau, und da ist ja einfach meine Entscheidung dann auf den Fußball gefallen. Ich kann gar nicht genau sagen, warum. Weil mir beides tatsächlich sehr viel Spaß gemacht hat. Ich glaube einfach, dass ich im Fußball so mehr das Gefühl hatte, dass ich was erreichen kann oder dass ich weiterkomme. Es kam auch viel von den Trainern, die dir dann gesagt haben, hey, du hast das Talent. Gib das nicht auf quasi. Rückblickend war es wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Aber wie alt warst du da, als du die Entscheidung getroffen, als du treffen musstest? Boah, ich kann es nicht mehr so genau sagen. Ich glaube, ich war so um die elf, zwölf, dreizehn. Weil es ist ja schon krass früh. Ja. Also, weil das ist ja dann schon, das war dann 2008, 2009 und da war eben Frauenfußball eben auch noch extrem Kinderschuhlevel, würde ich mal behaupten, im Vergleich zu jetzt. Ja. Aber du hattest damals schon mit elf, zwölf dann das Gefühl von, also wenn, dann mache ich es richtig. Also wenn, dann professionell und wenn, dann. Ja, schon. Okay, lass es zwölf, dreizehn. Ja, also trotzdem früh. Ja, es war schon früh, aber es war, es hat halt relativ früh angefangen, dass ich dann, also, beziehungsweise von vorne. Ich habe bei den Jungs angefangen, bei mir im Heimatverein. Aber Frauenverein gab es nicht, nehme ich an. Gab es schon, es gab eine, also es gab eine Mädchenmannschaft bei uns im Verein. Aber ich bin von vornherein zu den Jungen, also zu den, ja, ich habe von vornherein mit den Jungs trainiert, weil ich da dieses Schnuppertraining gemacht habe. Es gab irgendwie, keine Ahnung, ja, ein Angebot von dem Schnuppertraining. Da bin ich dann mit einem Freund von mir aus dem Kindergarten zusammen hin. Ihm hat es gar keinen Spaß gemacht. Er war einmal da und dann nie wieder. Never seen again. Und mir hat es aber super viel Spaß gemacht. Ja, und ich bin halt dabei geblieben. Und bin aber auch in dieser Mannschaft geblieben, bei den Jungs, wo eben dieses Schnuppertraining war. Ähm, genau. Und dann, ja, habe ich halt meine, ja, insgesamt, glaube ich, die ersten acht Jahre bei den Jungs gespielt. Und da ging es dann auch relativ früh mit Kreisauswahl los. Ähm, auch bei den Jungs, dass ich dann eben, ja, bei den Jungs in der Kreisauswahl mitgespielt habe. Ähm, ja, dann ging es irgendwann weiter, dass, ähm, ja, eigentlich der Trainer von der Mädchenmannschaft, von meinem Heimatverein, also vom SSV Meschede, ähm, der hat mich mit auf ein Sichtungsturnier genommen bei den Mädchen. Ähm, in Kaiserau war das damals. Ähm, das, ja, ist einer von sechs oder sieben, ähm, Talentförderzentren in Zentren im Mädchenfußball, äh, in NRW. Und, ähm, da war halt ein Sichtungsturnier und da wurde ich dann, ja, fürs Talentförderzentrum Kaiserau gesichtet, ähm, wo dann immer einmal die Woche zusätzlich trainiert wurde. Da sind dann immer Mädels aus ganz unterschiedlichen Vereinen zusammengekommen. Von den Vereinen, genau. Genau. Und haben dann da immer einmal die Woche zusammen trainiert. Da ging es dann irgendwann weiter, dass du mit den Talentförderzentren Sichtungsturniere hattest für die Westfalenauswahl. Ähm, ja, und dadurch, dass du halt gemerkt hast, okay, ich bin dann auch ein paar Jahre alt. Ich komme immer einen Schritt weiter, ähm, ja, wie es, wie funktioniert, oder passiert es irgendwie automatisch, dass du so auf diese Professionalität irgendwie hinarbeitest und auf, ja, irgendwie den nächsten Erfolg oder den nächsten Schritt. Und man will ja auch besser werden immer weiter, ne, als Kind. Das ist ja dann, man denkt ja noch gar nicht irgendwie an, an Karriere, denke ich mal jetzt oder so, keine Ahnung, aber man ist ja, ne, das ist ja immer so, man will ja einfach zocken und besser werden. Ja. Wie war das dann so für die Jungs in deinem Team, als sie gemerkt haben, also generelle Frage überhaupt, als die erst mal gemerkt haben, jetzt sitzt ein Mädchen mit hier am Tisch, nach dem Motto. Ähm, wie, wie war das? Ähm. Also für dich und für die? Also ich habe es geliebt, ich fand es, ich fand es sehr, sehr toll, äh, ich denke wirklich gerne noch an die Zeit zurück und habe auch immer mal wieder noch Kontakt zu einzelnen Jungs aus der Mannschaft. Ähm, und ich glaube, für die Jungs war das eigentlich auch nie ein Problem. Das war, irgendwie war es normal, dass ich dabei war, ähm, weil es halt auch einfach so früh angefangen hat, dass ich von, ja, was war das? Wenn du sagst, Kindergarten, dann war es maximal sechs. Ja, mit sechs habe ich im Verein angefangen, ich weiß nicht, welche, 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 F-Jugend, ja, ich glaube, ja, irgendwie so. Bambinis, bist du, ja, gibt es ja noch drunter, ne, oder? Ja, ich glaube, ja. Oder wird schon F-Jugend gewesen sein. Ja, und, ähm, ja, dadurch, dass ich einfach von Anfang an irgendwie dabei war und die verschiedenen Mannschaften dann mit durchlaufen habe, war das für die Jungs halt auch irgendwann normal und, ähm, ja, es war irgendwie, also es war nie ein Problem irgendwie und es war teilweise auch so, ähm, keine Ahnung, wenn mich dann irgendein Junge aus der gegnerischen Mannschaft böse gefoult hat, dass die Jungs teilweise sich schützend vor mich gestellt haben. Szenen, Türsteher und haben gesagt, jetzt ist hier. Gefühlt, ja, also ich habe tatsächlich eine Szene im Kopf, wo wir irgendwie auswärts gespielt haben, da, ähm, haben wir ein Jahr in der Bezirksliga gespielt und da hat mich die volle Kanne umgehauen und ich weiß, ich habe irgendwie vor Augen, wie dann drei, vier Jungs da direkt hin und die so, ey, hör auf damit, was soll das und, ja, wir waren einfach immer irgendwie, ja, so eine Gemeinschaft und zwar irgendwie normal. Also das hört man ja auch teilweise anders, ne, und, ähm, ich sage mal so, ich finde es auch, muss ich das, wie verpacke ich das jetzt, sympathisch, ich finde es ja auch okay, wenn nicht einer komplett hüfthoch weggrätscht, äh, wenn er zum Ball gehen wollte und wenn er jetzt eben keinen Unterschied macht zwischen Frau und Mann im Gegnerteam, das finde ich per se ja gut. Definitiv. Wenn es dann aber umso gewaltsamer wird, nur weil es eine Frau ist, äh, im Gegnerteam so nach dem Motto, okay, die Kleine stutze ich jetzt mal kurz ein auf einen halben Meter, dass sie mal überhaupt weiß, wer hier überhaupt, was hier passiert, dann ist es halt, aber wenn du solche Probleme hast als Typ, dann hast du ganz andere Probleme. Ja, das stimmt. Ähm, aber, und es hat dir doch bestimmt auch viel gebracht, oder? Du warst damals schon Innenverteidigerin, oder? Äh, nee, ich habe, äh, lange Zeit Außenverteidigung gespielt und bin so richtig erst eigentlich vor, ja, eigentlich letztes Jahr in die Innenverteidigung gerutscht. Wusste ich, ich habe ja recherchiert. Eben. Ich habe ja, oh Gott, oh Gott, Katz, Katz, Feierabend, tschüss. Ähm, ja, tatsächlich erst unter Schabern, also meinem jetzigen Trainer, ähm, in die Innenverteidigung gerutscht und, ja, habe lange Zeit Außenverteidigung gespielt. Ähm. Schiene. Äh, was war jetzt die Frage? Nee, weil die Frage wäre ja gewesen, ähm, die angeschlossen hätte, dass es ja bestimmt auch ein Vorteil ist, als junges Mädchen und dann Mädchen und dann irgendwann junge Frau, trotzdem ja auch im Männerbereich immer mit zu spielen, einfach wegen der Körperlichkeit, nehme ich an, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ich persönlich glaube, dass mich das sehr, sehr weitergebracht hat. Ich habe, ähm, teilweise habe ich halt in der Mädchenmannschaft bei uns im Verein ausgeholfen, weil der Trainer hat mich halt, der hat mich schon sehr gefördert. Ähm, der hätte mich, glaube ich, niemals komplett zu den Mädels gelassen. Er hat immer gesagt, du bleibst bei den Jungs. Ähm, aber wenn es dann irgendwie zeitlich gepasst hat, dann habe ich schon auch bei den Mädels mitgekickt. Und, ähm, ja, das waren einfach komplett unterschiedliche Arten, Fußball zu spielen. Schon alleine vom Tempo, von, von der Körperlichkeit. Und, ähm, ja, deshalb glaube ich schon, dass mir, ja, diese Jahre bei den Jungs einfach extrem gut getan haben. Und, ähm, ja, einfach mir viel Erfahrung irgendwie ermöglicht haben. Und, ähm, mir auch ermöglicht haben, auf einem höheren Niveau, ähm, zu trainieren und zu spielen. Hat dir das dann quasi auch mehr Spaß gemacht? Oder, oder, wo ist vielleicht der Vorteil, der Vorteil ist blöd gesagt, aber, wo sind die, die Vorteile, mit Jungs zusammen zu zocken? Und was war vielleicht bei den Mädels irgendwie cooler für dich? Oder warst du bei den Jungs einfach lieber auch gezockt? Eben auch wegen dem Qualitätslevel? Weil du warst ja logischerweise schon über den Mädels bei allem Respekt eine Stufe drüber. Ja, kann man, kann man schon so sagen. Also, bei den Mädels war es halt auch so, ich habe dann bei den Frauen mitgespielt. Also, es war eine erste Damenmannschaft. Ähm, wie alt war ich da? 13, 14, 15. Ähm, ja, weil, also, wir sind halt ein Dorf, oder ein, ja. Ja, ja, Sauerland, hey, das erkennt jeder jeden. Da gibt es so drei Namen an Klingelschildern. Eine Kleinstadt, ähm. Wie hieß die nochmal? Meschede. Genau, das habe ich noch nie gehört. Ich wüsste noch, aber, ja, ne. Ja, das ist schön da, lohnt sich. Alles klar, Meschede, lohnt sich. Kurze Werbung hier. Ja, und da haben halt einfach, ähm, ja, Mädels, die Lust hatten auf Fußball, haben da in dieser Damen-, Mädchen- oder Frauenmannschaft gespielt. Ähm, und da waren teilweise auch echt gute Mädels bei, muss man sagen, äh, aber es war auch eine große Altersspanne. Deshalb war es jetzt auch nicht so ungewöhnlich, dass ich da als junges Mädel irgendwie mitgespielt habe. Bei Frauen allgemein, oder? Ich meine, Frauen sind ja auch eher biologisch einfach ready und ausgewachsen, oder? Ich glaube, das fällt da nicht so ins Gewicht zwischen 14 und 18, 19, 20. Ja, nicht so krass wie bei den Männern, würde ich sagen. Ja. Ähm, und, ja, bei den Frauen war es einfach so, dass ich, ich konnte irgendwie mehr das Spiel kontrollieren. Also, ich habe das Spiel so mehr an mich herangerissen, habe teilweise auf anderen Positionen gespielt, habe dann irgendwie weiter vorne gespielt, konnte man Tore schießen. Hat dich das auch gebockt, ja, oder? Ja, schon, schon. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich keinen Spaß bei denen hatte. Also, es hat mir da auch wirklich viel Spaß gemacht. Und die haben mich auch immer alle super aufgenommen und waren, ich hatte schon immer das Gefühl, dass sie auch froh waren, wenn ich da war und auch Bock hatten, mit mir zu zocken. Und, ja, also, ich muss auch schon sagen, dass sie mich teilweise so ein bisschen bewundert haben, würde ich sagen. Also, ich habe schon gemerkt, dass sie, ja, irgendwie, ja, so ein bisschen Bewunderung und Respekt irgendwie mir... Anerkennung vielleicht. Genau, ja, Anerkennung, das ist ganz gut, mir entgegenbringen. Und das war natürlich auch schön irgendwie zu spüren und zu merken. Leid auch? Gab es das auch? Nee, tatsächlich gar nicht. Also, nicht offensichtlich mir gegenüber. Also, ich hatte nie das Gefühl, dass irgendwie eine da war, die, ja, irgendwie neidisch war oder irgendwie missgünstig oder so. Also, es war tatsächlich eher so, dass die mich alle gepusht haben und das wirklich sehr, ja, ich sag mal, gefeiert haben und gefördert haben und das wirklich voll cool fanden. Ähm, ja, und bei den Jungs war es halt eher so, dass, ja, es war halt einfach nochmal ein höheres Niveau, ähm, wo ich einfach nochmal mehr gefordert wurde. Ähm, ja, und es hat mir irgendwie auch Spaß gemacht, den Jungs zu zeigen, ich kann auch zocken, so, weißt du? Ja. Wenn man halt so bei den Spielen am Anfang da hingekommen ist und die sehen, ah, da ist ein Mädchen in der Mannschaft, komm, so. Oh Gott, jedes Mal, ne? Du fährst irgendwo auswärts hin. Ja, genau. Und dann... Und die waren so, ja, komm Mädchen. Vor allem halt, wenn du dann, also ich hab, ähm, wir haben natürlich lange Kreisliga gespielt, äh, bei meinem Heimatverein. Dann sind wir irgendwann aufgestiegen in die Bezirksliga. Und dann hab ich mein letztes Jahr bei den Jungs nochmal den Verein gewechselt und bin, ähm, zum SV Schmallenberg-Friedeburg gewechselt, weil die in dem Jahr aufgestiegen sind in die Landesliga. Ja, und die haben so ein bisschen, ich sag mal, die besten Leute aus dem Sauerland... Aus dem Kreis zusammengezogen. Genau, zusammengezogen, ähm, und... Ja, dann warst du da 13, 14, darf man, man darf, glaub ich, bis zur C-Jugend darf man noch mitspielen, ne? Ja, das war mein... Also U15, glaub ich jetzt. Mein letztes C-Jugend, ja. Müsst, das glaub ich, das ist sogar geregelt, glaub ich, dass man dann weg muss, ne? Ja, du brauchst, wenn du darüber hinaus noch bei den Jungs spielen willst, brauchst du eine Sondergenehmigung als Mädchen. Ähm, ja, und besonders dann halt, wo ich dann noch in der Landesliga gespielt hab, wo die Vereine, die Mannschaften natürlich auch noch nicht so kennen, wie jetzt, als wenn du acht Jahre hintereinander mit den gleichen Mannschaften in der Liga spielst. Da weiß man, da ist so hinten links, da... Genau, da ist ein Mädchen bei, so, die wissen das dann irgendwann. So, und wenn du dann aber in der Landesliga spielst gegen neue Mannschaften, und die kommen dann da mit einem Mädchen an, wobei sogar mit zwei Mädchen, wir hatten noch ein anderes Mädchen bei uns in der Mannschaft, ähm, wir kamen also immer mit zwei Mädels an. Wo hat die gespielt? Position? Äh, ich glaube, sie war auch Außenverteidigung. Oder äußeres Mittelfeld. Ich dachte mir auch grad, so eine Flügelzange, ist doch cool. Ja, und dann, bei denen war, also bei den Jungs hast du schon gemerkt, dass die so teilweise dachten, ach komm, die haben Mädchen in der Mannschaft so... Heute nur über, über die rechte Seite. Ja, so ungefähr. Ja, ja, ja. Da hat's mir schon auch Spaß gemacht, einfach dann zu beweisen, hey, ich bin zwar ein Mädchen, aber ich kann auch kicken. Ähm, ja, deshalb, also ich kann jetzt nicht sagen, dass mir das eine oder das andere irgendwie mehr Spaß gemacht hat. Es hat beides auf eine Art und Weise Spaß gemacht und mich auch irgendwo weitergebracht. Wie bist du dann umgegangen mit, mit solchen, äh, Negativkommentaren? Weil die werden ja sicherlich geflogen sein auch. Jetzt, äh, es ist ja das eine, dass man irgendwie als Mannschaft sich... Ich war ja auch, mein Gott, ne, du bist mit 15, 16 nicht getroffen und, äh, mach ich mich überhaupt nicht frei. Und ich glaub, jeder, der sich jetzt hier hinsetzen würde und sagen würde, ich hab nie komisch geguckt, als da ein Mädel war in einer gegnerischen Mannschaft, der lügt einfach. Ich glaub, mit 15, 16 war man immer so drauf, oder 14, 15, 16 immer so drauf, meistens. Ähm, aber es ist ja nochmal ein Unterschied zwischen, ich guck da mit einer Abgehobenheit rüber und denk mir so, oder ich sag dann was oder ich fahr halt dann mal einen Ellenbogen aus oder sowas. Wie, wie war das? Also so genau kann ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern. Also ich hab jetzt nicht irgendwie irgendwie Szenen im Kopf, wo ich weiß, okay, die haben mich irgendwie blöd angemacht oder... Außer halt die eine Szene, die ich eben schon erzählt hab, so, das ist mir schon irgendwie sehr präsent geblieben, so, weil das auch, also es war tatsächlich auch einfach unfair, was der Typ da gemacht hat. Das war nur gegen den Körper dann, ja, klar, ja, klar. Ähm, ja, sonst, also es gab mit Sicherheit mal irgendwie einen blöden Spruch, so, hey, die haben ein Mädchen, so, oder Gelächter irgendwie oder so. Aber ich hab mich davon eigentlich, glaub ich, wenig beeinflussen lassen und hab dann eher versucht, auf dem Platz zu zeigen. Als es dann 3-0 stand nach 20 Minuten, dann war so... Genau, ungefähr. Ähm, ja, ich hab's einfach versucht, dann auf dem Platz so, äh, ja, zu zeigen und, ähm, ja, hab versucht, mich da wenig von beeindrucken zu lassen und, ja. Hat funktioniert, ging dann weiter und dann letztes, letztes, äh, C-Jugendjahr, dann quasi raus und dann über den DFB-Stützpunkt dann der Schritt wieder weiter, ne? Und dann erste Frauen, erste reine Frauenmannschaft. Ja, also ich bin, ähm, nachdem ich dann halt bei den Jungs gespielt hab, hab, die Mannschaft hat sich danach mehr oder weniger auch aufgelöst, also ein paar Jungs, ähm, ja, haben halt auch den nächsten Schritt quasi gemacht. Wir sind halt in der Saison leider abgestiegen, ähm, dadurch sind halt ein paar Jungs auch gewechselt, die weiter hochspielen wollten, ähm, und für mich war dann auch einfach, ja, der Zeitpunkt, den Schritt, ähm, in den Mädchen- und Damenfußball zu gehen. Ähm, und zu dem Zeitpunkt hab ich halt schon in der Westfalen-Auswahl gespielt und, ähm, ja, wurde dann quasi über die Westfalen-Auswahl, ähm, ich sag mal, gesichtet für den FSV Gütersloh. Ähm, da war, ähm, ja, ein Trainer, also Christian Franz-Pohlmann, der, ja, versucht hat, ähm, einfach eine Top-Mannschaft, ähm, in der U17-Bundesliga aufzubauen, ähm, und hat dann da eben, ja, versucht, viele Mädels, die eben aus der Westfalen-Auswahl, äh, in der Westfalen-Auswahl gespielt haben, für den FSV Gütersloh zu begeistern. Und, ähm, ja, unter anderem halt auch mich. Und, ähm, genau, dann bin ich, ich glaub, es war 2013 oder 2012, ähm, zum FSV Gütersloh gewechselt. Ähm, bin gleichzeitig, ähm, auf das Mädchen-Fußball-Internat in Karm-Kaiserau, äh, gewechselt, quasi, ähm, weil das für mich einfach, oder für mich und auch für meine Eltern vor allem nicht mehr machbar gewesen wäre, mich, ähm, jeden Tag von Meschede nach Gütersloh zu fahren. Wo sind wir da, distanzmäßig? Boah, Geografie, das hat er... Ach so, stimmt, das war halt, stopp, Hammer, nee, halt, stopp, wir machen Geografie, Kart schon wieder, wir machen Geografie, lass mal raus, haben wir gesagt, okay. Also, man fährt schon so eine Dreiviertelstunde bis Stunde. So, mehr wollen wir gar nicht wissen, man fährt schon so eine Dreiviertelstunde bis Stunde, das ist alles, was ich wissen wollte. Ja, Dreiviertelstunde, Dreiviertelstunde. Dann ist es auch täglich, Training dann fast gewesen? Ja, ich glaub, es war so viermal die Woche oder so. Ja, bis dann trotzdem für die Eltern... Erstens für die Eltern und zweitens halt auch schulisch, einfach schwierig, ähm, du hast bis nachmittags Schule und musst dann noch von Meschede nach Gütersloh irgendwie kommen, war halt einfach nicht machbar. Und jeder, der schon mal im Auto Hausaufgaben gemacht hat auf den Shows, der weiß, kann es auch sein lassen. Ich schau mal schnell, noch morgens früh im Bus noch schnell abgeschrieben, hab ich nie gemacht, ich bin nie Bus gefahren. Aber du hast es erlebt. Ach doch, ich bin, hey, 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 hier ist niemals mit dem Pöbel mitgefahren, Frau Kempe. Nee, 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 ich bin nie Bus gefahren. Ich bin immer gelaufen. Hätte ich jetzt, Alter, das war gerade noch so die Kurve bekommen. Wobei, in Kamm bin ich dann tatsächlich doch Bus gefahren, da war dann der Weg zu weit. Ähm, auf jeden Fall, genau, bin ich halt dann auf das Internat gegangen und da war einfach der Vorteil, dass ich auf, ich bin zwar auf eine öffentliche Schule gegangen, diese Schule war aber Partnerschule des DFBs und dadurch halt einfach natürlich, ja, die kannten das mit Sportlerinnen zusammenzuarbeiten. Ähm, haben dementsprechend auch, ähm, ja, verschiedene Möglichkeiten gehabt, uns als Sportlerinnen zu unterstützen, wenn wir, keine Ahnung, Lehrgänge hatten, wenn wir irgendwie eher zum Training gehen mussten oder, ähm, teilweise haben wir morgens irgendwie trainiert, dass wir dann, hatten wir irgendwie die ersten zwei Stunden frei und sind dann erst zur dritten Stunde gekommen. Ähm, das war einfach einfacher, das dann alles unter den Hut zu bekommen und, ja. Ja, genau, deshalb hab ich halt dann einen Schritt aufs Internat. Aber ab dann schon, also wenn man so einen Schritt macht, dann muss man ja im Kopf dann schon sagen, hey, also ich kann immer noch später Meeresbiologin werden, aber jetzt ist erstmal schon Profifußballerin das Ziel, oder? Ja, also, ähm, also, ähm, auf der einen Seite war schon das Ziel, Profifußballerin zu werden, auf der anderen Seite hab ich auch einfach von zu Hause ganz klar die Message mitbekommen, sieh zu, dass du deine Schule vernünftig beendest. Ähm, Grundvoraussetzung, klar. Gerade im Frauenfußball, da kannst du einfach nicht, äh, auf das große Geld hoffen oder zu dem Zeitpunkt nicht auf das große Geld hoffen, ähm, weil einfach diese Entwicklung noch nicht so gegeben war, wie sie vielleicht jetzt heute, äh, da ist. Ähm, trotzdem kannst du dir einfach im Frauenfußball nicht so viel Geld erarbeiten, dass du dir das alles auf die Seite legen kannst und dann nach deiner Karriere davon weiterleben kannst. Ähm, deshalb war es für meine Eltern schon immer wichtig, dass ich eine vernünftige schulische Ausbildung hab, ein Studium absolviere und da auch beruflich irgendwo meinen Weg, ähm, gehe. Und, ja, deshalb, sicherlich gab es diesen Traum Profifußball, aber für mich war es auch immer wichtig, ja, eine gute schulische Ausbildung zu haben und, ähm, beides miteinander zu kombinieren. Und da war einfach das Internat, hat dafür optimale Voraussetzungen geboten, ähm, und so im Nachhinein, ich würde das jederzeit wieder machen. Das war einem, also es ist eine meiner schönsten Zeiten gewesen, weil wir einfach mit, boah, wie viele waren wir? Ich glaube, wir waren so 15 bis 20 Mädels, die zusammen in einem Haus gewohnt haben, ähm, in Vierer, Fünfer-WGs und... Wir haben so viel zusammen erlebt, wir haben so viel Spaß zusammen gehabt, das war, also es sind wirklich schöne Erinnerungen, die da, ähm, ja, oder an die ich immer wieder zurückdenke. Und ich hab da auch meine besten Freunde kennengelernt, die ich heute immer noch hab, zu denen ich viel Kontakt hab, wo wir uns immer wieder zusammentreffen. Vor Weihnachten haben wir jetzt vor Weihnachten erst noch wieder, haben wir uns alle zusammen in Dortmund getroffen und, ja, der Kontakt bricht halt nie ab und, ähm... Haben es davon auch, haben es davon auch einige geschafft und sind jetzt quasi wild verstreut in der, in Deutschland oder? Ähm, aus... Ja, also es gibt schon einige, die, ähm, auf dieses Internat gegangen sind und, äh, auch Nationalmannschaft teilweise spielen. Beispiel Sophia Kleinherne, ähm, Lina Magul, ähm, die waren auch beide auf dem... Die ist jetzt zu Inter, ne? Also stell die Frage, die ist jetzt Inter, ja? Ja. Ähm, genau, jetzt im Winter von Bayern zu Inter. Ähm, genau. Ich hab neben ihrer Tante gesessen. Oh. Beim EM-Finale. Oh. Ah, das hast du mir, glaube ich, schon mal erzählt. Das war so unfassbar witzig. Sorry, Juri. Ich schieb das ganz kurz ein, das war wirklich, das war... Ich saß, also, Wembley-Stadion, Family-Friends-Block, äh, im Finale, äh, 88.000 Leute, äh, über einen Kontakt halt, oder über, über Stefan Pappert, hab ich schon oft erzählt, den, den Namen, ähm, da halt über, darf ich sagen, scheiß drauf, über, über Leonie Meyer. Ja. Die bei Everton gespielt hat, damals unter der Zeit, glaube ich, 22 und Nationalspielerin ja auch war, die, die Tickets bekommt, ja, die uns, weil sie über die UEFA eingeladen hat und uns dann die Tickets noch besorgen können, äh, lief über Leo. Und, ähm, dann saß ich am Family-Friends-Block, hinter mir Familie Froms, äh, links neben mir zwei, drei Spielerinnen vom FC Chelsea, die haben sich komplett verirrt, die sitzen mittendrin im Deutschlandpulk. Und rechts neben mir, und was für eine coole Frau, der Bruder, und die haben ja auch einen brutalen Draht, so die beiden, Lena, ihr Bruder, und, und, äh, einer daneben. Und, äh, links, äh, rechts neben mir, die Frau Magul, die Tante. Mhm. Und, ähm, ich hab andauernd Sprachnachrichten geschickt, äh, weil damals noch, also wir haben quasi, weil Live-Schalten ging nicht, weil Empfang natürlich null dort drin. Und ich war aber quasi, ich hab dann fürs Sportradio immer berichtet, ja, hier ist grad das und brutal und hier und Stimmungs, äh, Bild mal einfangen und so. Und dann saß ich da und hab eine Sprachnachricht aufgenommen und dann kam die Tante von Lena Magul, streckt ihren Kopf so links rüber zu mir und so, was machst du, Mensch, was die ganze Zeit? Und hab ich so erklärt, was ich so bin, äh, was ich so mache, ne, und wer ich bin und so weiter und so fort und hab halt gesagt, wollen sie sich mal zum Spiel äußern? Und gut, hat die dort einfach auf First Take so ein Minute reingeknallt in die WhatsApp-Franer-Richt, so, ja, hier, ich sitze hier grad neben der Tante von Lena Magul. Und wir können ja mal ihre Einschätzung hören, das war so witzig. Ähm, nee, aber, Entschuldige, aber das waren quasi die, die Internatszeiten, ja. Ja, genau. Ja, geil. Und, ja, also ich sag immer, dass ich jederzeit wieder diese Entscheidung treffen würde, weil damals war es auch sicherlich keine einfache Entscheidung. Ich war 15, bin mit 15 dann von zu Hause ausgezogen. Stimmt, ja, klar, 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 ja. Aber es war, es war wirklich toll, also, da erinnere ich mich gerne dran zurück und, ja. Das glaube ich. Und ich hab noch einen Einschub, weil du es ja gerade gesagt hast, ne, Frauenfußball und Beruf nebenbei. Mhm. Gibt auch genügend Männer, das habe ich jetzt am Wochenende erst wieder erfahren, jetzt ohne, äh, ohne Namen zu nennen. Jetzt hier zumindest, die erzähle ich dann gerne, aber, also, das sind wirklich gestandene Bundesliga-Profis auch aus erster Hand, die, wo nichts mehr da ist. Ja. Und wir reden nicht von Bundesliga-Profi, wo man das gewöhnt ist, die in den 90er Jahren mal Fußball gespielt haben, sondern die teilweise 20, 22, 21 auch noch erst Liga gespielt haben mit sehr guten Verträgen, wo nahezu nichts mehr da ist, zu Hause, da liegen 25 Jeans rum, für 300 Euro das Stück, aber, also deswegen, also das ist, glaube ich, eine Grundprämisse, unabhängig davon, ich habe auch viele jüngere Zuhörerinnen und Zuhörer, macht die Schule fertig, Gottverdammt nochmal, und macht irgendwas, ist ja wirklich so, also, ich glaube, ich weiß nicht, wie das beim Frauenfußball, glaube ich, ist es auch ein bisschen besser, ist schwierig, aber, Nils Petersen hat das ja mal gesagt, äh, der bei Freiburg früher war, der gesagt hat, ey, Fußball, wir verdummt ja alle. Ja. Der das ja irgendwie so halb, jetzt lag er mich nicht drauf fest, aber irgendwie so halb im Wortlaut gesagt hat, ey, wir sind alle, und ihr müsst euch ja beschäftigen mit irgendwas nebenbei, für mental, also, das ist ja auch eigentlich super, eigentlich ist es ja so rum eigentlich viel gesünder. Ja. So, ja. Also, mir hat das tatsächlich auch immer gut getan, also, vor allem auch das Studium dann, irgendwie auch in eine andere Bubble zu kommen, also, du bist halt sonst permanent in dieser Fußball-Bubble, und, ja, das ist einfach eine andere Welt, also, ich glaube, der Männerfußball ist ja noch krasser als der Frauenfußball, äh, wobei der Frauenfußball da auch langsam hinkommt, glaube ich, dass es einfach, ja, dass du einfach mehr in dieser eigenen Welt bist. International habe ich das Gefühl, also, wenn du die führenden Ligen anguckst, was so Frankreich und England so angeht, dass, da schließt es sich schon wieder so ein bisschen, da musst du auch gefühlt erst mal einen 50-Seiten-Antrag stellen von Pressegespräch und so. Ja. Und das finde ich halt schade, weil der Vorteil, den ihr habt, ist halt die Offenheit. Ja. So, dass du jetzt halt hier sitzen kannst, zum Beispiel. Ja, ja. Danke an den Verein, aber ist ja wirklich so auch, so, ne, oder auch mit Saskia Matthais von Bremen, dass ich da als Podcaster hinkommen kann, keine Sau kennt mich da, hier nicht, in Bremen sowieso nicht, und dann sage ich, ich würde gerne hier mit einer Spielerin von euch mal, weil ich bin ja mal in Bremen. Ja. Und das dann gesagt, schick vorher rüber, kontrollieren und alles klar, Haken dran und ab. So, und das ist ein Vorteil, den müsst ihr euch behalten auch. Ja, definitiv. Das können wir halt auch einfach nutzen, dass wir so sind, sag ich mal, dass wir so offen sind und diese Offenheit halt haben. Ja, und wie gesagt, mir hat es halt einfach immer gut getan, auch aus dieser Bubble irgendwie herauszukommen und andere Leute zu kennen, neue Leute kennenzulernen, auch andere Sachen irgendwie kennenzulernen und deshalb, also für mich war das immer eher eine Bereicherung als irgendwie eine Last. Also sicherlich gab es auch Zeiten, wo es stressig war mit Klausuren und Training und ja, das irgendwie beides so zu kombinieren, aber im Großen und Ganzen war es eher eine Bereicherung als irgendwie eine Last. Bist du fahrtisch jetzt im Studium? Ja. Ja. Ich habe im September abgeschlossen quasi, habe so das letzte Jahr meine Masterarbeit noch geschrieben und genau, bin jetzt fertig. Du hast mir das Thema vorhin genannt, du machst was mit oder hast was mit Medien gemacht oder wie war das, oder Psychologie oder wie war das? Ja, genau, also meine Masterarbeit habe ich über die Mediatisierung der Frauenbundesliga als Entwicklungsprozess geschrieben und habe da Experteninterviews geführt, ja, mit verschiedenen Interessensgruppen aus dem Frauenfußball und genau, ich habe in Köln an der Deutschen Sporthochschule meinen Bachelor und meinen Master gemacht. Meinen Bachelor habe ich in Sportmanagement und Kommunikation gemacht und den Master dann in Sportmedien und Kommunikationsforschung, genau. Also du bleibst auch im Sport dann quasi? Ja, das ist das Ziel, ja. Wie ist das bei dir? Kannst du, wenn du sagst, das ist ja eine andere Babel, also es ist schon eine andere Babel, klar, es ist trotzdem ein Sportbezug und so weiter, deswegen frage ich, kannst du noch, kannst du noch privat ein Fußballspiel gucken? Also ehrlich jetzt, weil da sind wir ja glaube ich gleich, das ist ja ein Non-Stop-Thema, du praktisch, ich theoretisch, geht das? Ab und zu ja, aber ich gucke tatsächlich nicht so viel Fußball, also weil, ja, irgendwann reicht es auch, aber also ich finde zum Beispiel, keine Ahnung, die Ablenkung Handball-EM ist gerade super. Wenn du es noch ein bisschen souveräner sagst, dann. Also finde ich, finde ich wirklich geil, also das macht Spaß, das zu sehen und ist eine andere Sportart, andere Dynamik und ja, das ist irgendwie gerade dann mehr, was mir irgendwie mehr gibt und ja. Ja, nee, aber ich verstehe es komplett, ich muss, ich habe, letzten Sonntag, letzten Sonntag, da war glaube ich, das war am Sonntag das Entscheidungsspiel irgendwie, irgendwie Deutschland-Hauptrunde oder so, doch vor zwei Wochenenden und da haben mich auch Kumpels gefragt, ihr müsst mit so einem Public Viewing und so und das war mein erster sportfreier Tag, ich glaube seit 40, 50 Tagen oder so und ich konnte nicht mehr in meinen Handball gucken, ich war so wie, ihr lasst mich, ich will nix, es ist mir alles, mir ist alles egal, mir ist egal, wer heute Biathlon-Staffel gewinnt, mir ist egal wie Handball, es ist mir alles so scheißegal, wirklich, ich bin eigentlich ja noch Teil von einem Handball-Podcast, so ein bisschen nebenbei, ich habe nicht eine Folge produziert bei dieser EM, weil ich von dieser EM als Sportjournalist, als der ich auch hier sitze, ich habe nichts gesehen, ich habe Deutschland, Island gesehen in der Halbzeit, sonst war ich so, wenn ich privat jetzt noch Handball gucke, drehe ich komplett am Rad, ey, wirklich, aber ja, ich kann es verstehen, das ist ja trotzdem nochmal dann einfach raus, einfach raus dann aus der Fußball-Bubble, die ja auch anstrengend sein kann und fordernd ist, aber du bist dann reingewachsen, irgendwann, Gütersloh, war die damals schon in der 2. Liga? Ja, die 1. Mannschaft hat 2. Liga gespielt, aber ich bin in die U17 da gewechselt, ähm, äh, schon mit 15, äh, mit 16, genau, äh, hab dann da Junioren-Bundesliga gespielt, ähm, das 1. Jahr war auch sehr erfolgreich, wir sind, ähm, ins Finale der Deutschen Meisterschaft gekommen, also die, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber damals war es so, dass die U17-Juniorinnen-Bundesliga in vier Staffeln unterteilt war, ähm, und du musstest halt quasi Meister deiner Staffel werden und hast dann, äh, mit den anderen Staffelsiegern den Deutschen Meister ausgespielt und genau, da sind wir halt ins Finale gekommen, haben das Finale auch in Gütersloh bei uns in der Arena gespielt, gegen Bayern München, ähm, also in der Tönnies-Arena, haben das aber verloren, äh, ja, verdient verloren, abgehakt, abgehakt, aber verdient verloren, äh, muss man schon sagen, ähm, ja, also das 1. Jahr war sehr erfolgreich, das 2. Jahr war dann ein bisschen holpriger, aber wir sind trotzdem auch in die Endrunde, glaube ich, gekommen, ähm, der Deutschen Meisterschaft, ähm, also in das Final Four heißt das quasi dann, ne? Quasi, ja. Die spielen dann ein Halbfinals aus, ne? Ich überlege. Bei den Jungs aber auch so, die spielen ja mehr Staffel Süd, West, äh, Nord, Nordost, die sind Döns und Bayern macht die, glaube ich, immer extra, wie immer. Ja, ich glaube, ich glaube, es sind nicht vier Staffeln, sondern drei und aus einer Staffel kommen immer zwei weiter und in dem zweiten Jahr sind wir nämlich nur Zweiter geworden. Ah, das stimmt. Da haben wir uns dann als Zweiter, quasi, als Zweiter der West-Staffel für dieses, für diese Finalrunde qualifiziert. Das macht Sinn, ja. Haben da aber, glaube ich, auch im Halbfinale dann gegen Bayern verloren. Ähm, genau, also hab dann quasi zwei Jahre in der U17 gespielt und bin dann das zweite Jahr, so ab Winter bin ich immer mal wieder hoch zu den Frauen gezogen worden und hab dann da auch schon ein, zwei Spiele gemacht, ähm, genau, und bin dann nach meinem zweiten Jahr dann komplett in die Frauen, äh, in die Frauenmannschaft hochgegangen. Das heißt, 18, 17, 18? Nur, dass wir so ein bisschen so eine Chronologie drin haben? Ja, mit, ja, 17, 18, ja. Ähm, genau, und hab dann da noch ein Jahr gespielt. Zweite Frau in der Bundesliga, ähm, genau, und danach war ich dann halt mit der Schule fertig und... Abfahrt. Das war tatsächlich ein bisschen schwierig irgendwie, das war nicht so ein leichter Moment für mich, weil, ähm, für mich war eigentlich klar, ich will nach Köln an der Sporthochschule studieren. Ja. Köln-Gütersloh ist aber schon eine Distanz, die du nicht mal eben so fahren kannst. Da fährt zwar ein Zug, glaube ich, durch, aber du sitzt dann trotzdem zwei, zweieinhalb, drei Stunden im Zug. Ja, Geografie, aber wird schon so... Ja, plus minus ein. Ähm, ja, also einfach, es war nicht machbar. Ja, klar. Wenn man realistisch, äh, war, war es nicht machbar. So, und dann... Und du hättest ja auch gar nicht bleiben dürfen, oder, auf dem Internat, wenn du fertig mit der Schule bist, oder? Genau, auf dem Internat nicht, aber ich hätte halt theoretisch dann, keine Ahnung, mir da irgendwie eine Wohnung... Ach, schon mal du da gespielt hast, logisch, ja, stimmt. Genau, um eine Wohnung, äh, suchen können, weil ich muss dazu sagen, dass das Internat ist nicht vom Verein, sondern ist vom Verband gewesen. Okay. Ist auch eine komplizierte Sache, die... Ja. Ja, weil halt... Deutschland, das wird schon... Sinn machen, was... Ja, ja. Wir haben halt, aus unterschiedlichen Vereinen sind wir halt auf dieses Internat gegangen, also... Das war quasi wirklich so ein DFB-Stützpunkt-Internat. Und nicht gekoppelt an den FSV. Genau. Gütersloh. Genau. Na, da haben wir es doch. Es war quasi von der Westfalen-Auswahl, kann man so sagen. Ah, okay, okay, okay. Weil, gibt's ja hier in Sachsen, glaub ich, auch, ne? Draußen, beim Sächsischen Landesverband. Das weiß ich nicht. Meine, da hängt auch ein Internats- oder ein Campus mit dran, oder irgendwas. Kann sein, ja. Also, ich glaub, das ist gar nicht vielleicht so selten, dass es dann auch Internate gibt, quasi für... Da war es dann halt immer so, wir haben halt quasi unter der Woche nur in diesem Internat trainiert und sind dann nur zum Abschlusstraining immer freitags nach Gütersloh. Und gefühlt die Woche über... Also, wir waren halt super viele aus Gütersloh. Die Woche über haben dann gefühlt acht, neun Mädels in Gütersloh trainiert. Der Rest war im Internat, hat am Internat trainiert. Rondo und Vorschuss-Training und fertig. Genau so ungefähr. Und nur freitags haben wir halt als komplette Mannschaft dann zusammen trainiert. Also, ja... Ist nicht so typisch für ein Internat, quasi. Genau, aber dann war ich halt quasi mit der Schule fertig. Schule fertig bedeutet auch eigentlich, dass man dann von dem Internat geht. Ja, und dann stand halt diese Entscheidung, okay, was mache ich jetzt? Und für mich war halt klar, ich möchte an der Deutschen Sporthochschule in Köln studieren. Zu welchem Verein gehe ich jetzt? Was mache ich jetzt? Vor allem kann man sich das ja nicht zwangsweise selbst aussuchen. Richtig, das war nämlich mein Problem. Ich hatte keinen Berater zu dem Zeitpunkt. Und stand dann irgendwann am Ende der Saison da und dachte, ja, scheiße, du willst ja weiterspielen. So, und dann habe ich tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr, über wen das irgendwie lief. Aber ich habe eine E-Mail an den Trainer von Bayer Leverkusen geschrieben. Hey, ich bin Frederike. Ich spiele bei Gütersloh aktuell. Fange jetzt mein Studium in Köln an. Ich würde gerne weiter Fußball spielen. Ja, und dann haben die mich tatsächlich zum Probetraining eingeladen. Und dann hatte ich eine Woche Probetraining dort. Und ja, es hat dann glücklicherweise geklappt. Wie fett ist denn das bitte? Ja. Das ist eine übelste Cinderella-Story. Ich habe auch an Dynamo Dresen viele Mails geschrieben. Also, ja. Und auch wenn RB eine zweite Mannschaft hätte. Ich würde einen dritten Torhüter, zweite Mannschaft, würde ich immer noch machen. Ich wollte es nur mal angesprochen haben, dass es mal einmal ausgesprochen ist. Ich würde es immer noch machen. Ja, also es war natürlich auch noch andere Zeiten da irgendwie. Trotzdem. Also auch den Schneid erst mal zu haben. Also, sorry. Am Ende hatte ich halt keine Wahl. Entweder ich schreibe den halt quasi. Die waren schon Bundesliga zu dem Zeitpunkt. Köln noch nicht oder was? Köln ist, glaube ich, in dem Jahr aufgestiegen. Und da war es so ein bisschen hin und her, ob die mich haben wollen oder nicht. Also du hattest quasi bei beiden die Möglichkeit fortzustellen. Nein, die hätte ich letztendlich keine Möglichkeit. Also die hätten mich, glaube ich, nicht genommen. Okay. Die haben sich, oder ich bin zusammen mit einer Mitspielerin aus Gütersloh nach Köln zum Studieren. Also Nina Ergötz ist so im Frauentfußball auch ein Name. Wobei sie mittlerweile nicht mehr so hoch spielt. Aber ich habe den auch schon mal gehört. Ja. Tatsächlich. War zuletzt in der Bundesliga bei Potsdam lange erfolgreich. Und spielt aber mittlerweile bei Viktoria Berlin. Vielleicht sogar in dem Kontext, weil das ist ja auch von Tabea und so ein Projekt, glaube ich, wo sie dann mit dabei ist und so weiter und so fort. Und wir hatten beim Sportradio, da hatte ich eine Kollegin, die Stadionsprecherin macht für die. Ah. Vielleicht ist deswegen der Name mal. Also der Name ist mir geläufig. Ja, genau. Und wir haben halt beide gesagt, okay, wir wollen in Köln studieren. Haben uns dann auch da zusammen eine Wohnung gesucht. Und sie hat dann letztendlich irgendwann das, oder ja, eigentlich das Angebot von Köln bekommen, das sie sie halt haben wollten. Ich muss dazu sagen, dass sie damals auch sehr erfolgreich in der Juniornationalmannschaft war. Sie ist U17 Europameisterin, glaube ich, geworden. Und das war ich halt nicht. Also ich war zwar immer in der Juniornationalmannschaft dabei, aber es war jetzt nie so, dass ich irgendwie, ich habe nie die großen Turniere mitgespielt. Ich habe immer die Lehrgänge alle mitgemacht und wurde dann quasi kurz vor den Turnieren immer aus. Hast du U-Länder-Spiele? Äh, ja. 6, 7, 8. Ja, 6, 7, 8. Mehr als. Ja. Ja, ist völlig in Ordnung. Sorry, ich kriege dich da kurz weg. Was war das für ein Gefühl, das erste Mal mit Nationalhymne und aufzulaufen und Länderspiel zu bestreiten? War toll. Es war, glaube ich, in der U16 in Dänemark. Ich war super nervös. Aber es war natürlich schön, also es war irgendwie so ein Gefühl, dass man es geschafft hat, obwohl es im Endeffekt nur die Juniornationalmannschaft war, aber irgendwie war es dieses Gefühl, hey, du hast Nationalmannschaft gespielt. So, aber wie gesagt, ich war halt nie bei diesen großen Turnieren dabei und dadurch fehlt dir natürlich irgendwo auch die Sichtbarkeit oder ja, dieses Gehör, sag ich mal, dass du einfach rumflattert halt einfach so am DFB-Campus irgendwo oder den gab es damals noch nicht, aber halt irgendwo da bei den U-Trainern und irgendwo eine Präsenz genießt. Genau. Und ja, dadurch hatte ich halt dann letztendlich keine Wahl. Wie gesagt, Köln war so ein bisschen interessiert, haben sich aber dann wohl gegen mich entschieden und dann blieb halt eigentlich nur noch die Option, okay, Leverkusen, weil das war der einzige Verein, der in dem Raum noch hochgespielt hat, der halt von Köln auch gut erreichbar war. Ja, wie gesagt, ich habe eine Mail geschrieben und habe dann, ich weiß gar nicht, ob ich eine Mail zurückbekommen habe oder einen Anruf, auf jeden Fall haben sie mich halt zum Probetraining dann eingeladen. Ich war dann, ja, irgendwie drei, vier, fünf Tage da und habe dann aber auch direkt danach die Zusage bekommen, dass sie mich haben wollen. War sicherlich auch ein glücklicher Zeitpunkt, weil die, glaube ich, ein paar Verletzte hatten, ein paar Abgänge hatten, Beispiel Kathi Henrich ist, als ich gekommen bin, ist sie weggegangen. Ja, und dann, ja, so hat sich das ergeben, dass ich quasi zu Leverkusen gewechselt bin. Ist das cool. Und genau, da dann meine erste Bundesliga-Erfahrung gesammelt habe. Das gleiche Gefühl wie damals U-Nationalmannschaft, dann das erste Mal Bundesliga gespielt und danach habe ich gedacht, boah, jetzt? Ich weiß noch, dass es im, wir haben beim SC Sand gespielt. Krasser Dorfklub eigentlich, also, ähm. Ich habe den auch, ich kenne Sand nur vom SC, deswegen, sonst ist da, glaube ich, ich weiß nicht, die haben einen Teich mit Enten. Ja, ist halt wirklich ein Dorf, ist wirklich ein Dorf. Not das Respekt, aber, ne, so stelle ich mir vor. Oder haben Frauen Bundesliga gespielt. Auch oft, auch viele, nicht nur ein Jahr. Viele Jahre erfolgreich auch, ähm, keine Ahnung. Ist auch ein reiner Frauenverein, ne? Äh, ja, ja, ich glaube, ja. Okay. Also zumindest ist die Frauenmannschaft aus dem Schiff. Der ist die Sand der Männer ist. Ja, Kreis Oberliga bin ich, keine Ahnung, ne? Ähm, genau, es war, wir haben auswärts in den Sand gespielt. Ich habe nicht von Anfang an gespielt. Und ich glaube, es war so die 60. Minute, wo mein Trainer mich dann gerufen hat und, boah, mir ging die Pumpe. Also es war so, boah, fuck. Und ich glaube sogar, dass ich im äußeren Mittelfeld eingesetzt wurde. Also gar nicht auf meiner gewohnten Position. Ähm, aber es hat mir so viel Spaß gemacht und es war, es war auch wirklich eine schöne Erfahrung und, ähm, witzigerweise war dann sechs Jahre später mein letztes Spiel mit Leverkusen auch wieder in Sand. Geschichten, die nur der Fußballspiel. Ja, der Kreis hat sich geschlossen. Ähm, ja. Du hast in der Leverkusener Zeit gemacht, wie viele Bundesligaspiele? Ich glaube, 51. Ich war auch bei 50 gerade im Kopf tatsächlich. Ich habe, das habe ich nachrecherchiert. Ich glaube, es waren 51 oder 52. Habe mich auch schwer verletzt zwischendurch, deshalb sind es ein paar weniger. Habe ein Jahr zweite Liga gespielt mit Leverkusen, wir sind ja einmal abgestiegen. Ähm. Stimmt. Mhm. Ja, okay. Was hattest du verletzungsmäßig? Äh, ich habe mir das Kreuzband gerissen. Ach, ey, ich hätte hier mal irgendwann gerne mal einen Fußballer sitzen oder eine Fußballerin, die sich nicht das Kreuzband gerissen hat. Ich glaube, mittlerweile schwer. Das ist so krass, also weil ich mir echt frage, also bei wie vielen? Sehr viele. Also so unglaublich viele und jetzt korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege, ist es nicht sogar bei Frauen noch ein bisschen schlimmer als bei Männern von der regenerativen Seite her? Ja, also es ist generell, dass es bei Frauen häufiger passiert, einfach aufgrund von der Statik her. Aha, okay, krass. Das ist jetzt Laienwissen, aber ich glaube, weil wir ein breiteres Becken haben, dadurch stehen unsere Beine anders, wodurch mehr Belastung irgendwie auf dem Kreuzband liegt. Okay, wird schon so stimmen, ja. Ähm, ja. Irgendwie sowas. Klingt aber erklärt. Ähm. Ja, und einfach, also man muss ja einfach sagen, dass Frauen tendenziell weniger Muskulatur haben als Männer und ja, dadurch ist es glaube ich, also das ist so der Grund, den ich mir erklären könnte, warum es dann schwieriger ist, da zurückzukommen. Und ich hatte nie was, ich hatte wirklich, ich war nie verletzt, ich hatte nicht mal umgeknickt, gar nichts. Nicht mal umgeknickt? Ja, wirklich, also muskulär nie Probleme, gar nichts. Und dann, ja, war es dieses eine, es war ein Training, ist es passiert. Boah, das war ein Training. Ja, wo ich, es war auch im Nachhinein, es war so dumm, weil es war so unnötig einfach, weil es war, ich weiß noch, dass ich, ich war richtig sauer in dem Training, weil ich irgendwie, ich habe irgendwie ein, zweimal den Ball oder so nicht erobert. Wir haben so über außen irgendwie so eine, es war nicht mal eine Spielform, irgendwie eine Übungsform gemacht, wo wir irgendwie zwei gegen zwei gespielt haben. Eines mit dem Ball angedribbelt, hat den Ball auf außen gespielt und wir mussten zu zweit irgendwie dagegen verteidigen. Und ich war, zwei, drei, vier Durchgänge war ich die vordere defensive Spielerin. Und dann hat die hintere, da war ich, ich war glaube ich so ein bisschen sauer, war ich so, es hat darauf hingedeutet, dass ich nicht spielen werde im nächsten Spiel. Diese Einteilung. Ah, okay, 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 verstehe. Und dann hat die hintere defensive Spielerin zu mir gesagt, hey, soll ich mal tauschen, du warst jetzt die ganze Zeit vorne, willst du nicht mal hinten. Also du warst quasi, du bist also quasi auf die Ballfirne drauf, ja? Ja, genau, genau. Und dann haben wir halt getauscht und dann kam halt der Ball raus und die Außen hat sich den dann so ein bisschen zu weit vorgelegt und ich habe halt meinen Körper reingestellt oder wollte meinen Körper reingestellt. Und? Habe halt meinen Körper reingestellt. Die Gegenspielerin wollte weiterlaufen und ist quasi mit ihrem Laufschritt mir schräg hinten ins Knie rein. Ich hatte ja quasi einen Ausfallschritt, habe einen Ausfallschritt gemacht zur Seite, mich quasi reingelegt. Ja, und sie ist mit ihrem Laufschritt mir schräg hinten ins Knie. Ich bin nach innen und ich wusste sofort, okay, ich habe einen Kreuzband. Du hast es sofort gespürt, ja? Sofort. Ich habe gemerkt, wie es... Hört man das? Knallt das? Nein, Achillseine knallt nur. Doch, Kreuzband hört man auch knacken teilweise, glaube ich. Ja. Aber ich habe es gespürt. Ich habe gespürt, wie es einfach, als ob hier einer dran zieht und es einmal rausreißt. Und dann so Kniescheibentests gibt es ja, dass man dann merkt, dass man... Ja, diesen Schubladentest. Schubladen... Ich habe auch Sport studiert, aber das lassen wir mal raus an der Stelle. Genau, Schubladentest. Genau, und ich... Oh, scheiße. Ich wusste, okay, mein Kreuzband ist durch. Auch eine lustige... Ja, du hast mir recht. Eine Anekdote dazu. An dem Tag habe ich nicht in meinen eigenen Schuhen trainiert, weil unsere Physio hatte irgendwie... Die Profis haben ja zigtausend Schuhe. Und unsere Physiotherapeutin hatte irgendwie zwei Paar Schuhe aus dem Lager von den Profis irgendwie mitgebracht, die sie irgendwie ausprobieren wollte. Und ich habe die irgendwie vor dem Training angezogen. Also die waren halt gebraucht von den Männern quasi, aber die wechseln ja alle zwei Monate ihre Schuhe. Und jetzt reicht ja. Ein Teil noch häufiger. Genau. Und dann... Die bewahren die Schuhe aber zum Teil auf. So, und dann hat die Physiotherapeutin, weil sie neue Fußballschuhe brauchte, hat sich quasi zwei Paar Schuhe von den Männern mitgenommen. Und die standen dann halt bei uns im Physio-Raum rum. Und ich die so vor dem Training anprobiert und dachte so, boah, die sitzt aber geil, ey. Der passt wie... Wer hat denn... Weißt du, von wem die waren? Wer hat denn solche kleinen Füße? Ja, die war als von Charles Arangis. Das ist doch... Der war ja 1,70 oder was, glaube ich. Ja. Ja, gut, das kannten wir. Haben super gepasst. Ja, ich trainiert. Zack, Kreuzband gerissen. Unsere Physiotherapeutin, irgendwie einen Platz davor, hat mit einer Reha-Spielerin trainiert. Und dann, ich lag da natürlich, ich habe geheult wie ein Schlosshund und alle so, äh, Physio, Physio. Sie guckt und sieht diese Schuhe und sie so, nein, das kann nicht wahr sein. Ja, habe ich mich halt in seinen Schuhen verletzt. Hast du ihm das mal gesagt? Nein. Das wärst du... Charles, komm mal ran. Charles, komm mal ran. Charles. Wir müssen reden. Ja. No way. Oh, das sind ja so viele bekloppte Zufälle. Das ist... Ja, und ich lag dann halt da und, ähm, für mich war klar, okay, mein Kreuzband ist durch. Ich hatte aber keinen Schmerz. Also es war... Schock halt, ne? Es war nur der Schock und nur dieses Bewusstsein, du hast dich jetzt schwer verletzt und du fällst monatelang aus. Das dauert jetzt ein halbes Jahr, wenn es super schnell geht. Plus X und X ist sehr wahrscheinlich. Ja. Ähm, ja, und dann kam die Physio und hat so ein bisschen getestet und so und meinte so, Entschuldigung, manchmal ist ja so, dass die, äh, dass das Knie dann irgendwie direkt, glaube ich, so zumacht, dass dieser Schubladentest nicht mehr funktioniert. Weil das dann so angespannt ist, dass du nicht... Die, die Stützmusulatur quasi und alles so fest ist dann... Und du kannst dann, du kannst nicht sagen, ob es jetzt locker ist oder nicht. Und so war es halt, glaube ich, bei mir, dass es sehr fest war. Und dann bin ich halt aufgestanden und dadurch, dass ich halt keine Schmerzen hatte, kam dann irgendwann dieser Gedanke, boah, wie peinlich, du heulst hier rum und du hast keine Schmerzen. Und dann bin ich auch irgendwann, habe ich, bin ich so gerade gejobbt und, ähm, dachte so, okay, es geht alles so. So, wie peinlich, du liegst hier und hast geheult und sagst, dein Kreuzband ist durch und auf einmal, jetzt läufst du hier wieder. Ja. So, und dann habe ich, dann meinte unsere Physio, aber ja, mach mal, mach mal so seitliche Bewegungen und dann habe ich so Sidesteps gemacht. Und das war das ekelhafteste Gefühl, was ich jemals gespürt habe, weil es war wirklich, vom Gefühl her war es so, als wenn mein Oberschenkel und mein Unterschenkel in verschiedene Richtungen rotieren, agieren, wie auch immer sich bewegen. Und da war für mich klar, okay, nein, dein Kreuzband ist durch, vorbei. Das wird dann ja auch irgendwann immer jemand gesagt haben nach dem Motto, hey, also dann hör mal auf, jetzt weiter zu belasten und so weiter und so fort, ne? Ja, ja, ich bin dann halt, das vordere, vordere Kreuzband und Innenmeniskus. Wie gesagt, ist ja meistens Ninos Kreuzband, da ist ja immer noch so Bonus mit dabei. Ja, genau, und dann, ich bin dann auch noch ganz normal in die Kabine gegangen, weil, also wie gesagt, ich konnte normal gehen, nur halt diese seitlichen Bewegungen waren halt Katastrophe. Ja, bin dann mit einer Spielerin zurück, die das Ganze schon mal durchgemacht hat. Ich glaube, die war sogar gerade im Aufbau nach der Kreuzband Reha und ich habe geheult und habe ihr die Ohren voll geheult und habe gesagt, ich schaffe das nicht, ich kann kein Reha und für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Wie gesagt, ich kannte das halt nicht, ich hatte nie eine Verletzung und auf einmal direkt so eine schwelle, genau das, ja. Ja, so die, die gefürchtete Verletzung im Fußball eigentlich. Vielleicht, vielleicht, ich will es jetzt nicht wichten, aber ich glaube Achilles-Szene ist ähnlich vom Level. Ja, ist auch ähnlich, ja. Aber beschissener ist, kannst du von dem ganzen lebensbedrohlichen Scheiß mal abgesehen. Ja, klar, aber so im Fußball ist, ist schon eine der schlimmsten Verletzungen, die du, glaube ich, zuziehen kannst. Ja, dann bin ich halt noch in die Kabine, habe halt dann da geduscht und dann ist auch das Knie direkt vollgelaufen, also es ist dick geworden. Ja, und dann bin ich halt am nächsten, am nächsten Tag, ähm, zum Arzt direkt, ähm, hatte direkt eine MRT und war gar kein Zweifel. Also man hat sofort gesehen, okay, ist es durch und, ja, das war tough. Du hast ja die Reha gemacht, nichtsdestotrotz, habt ihr das operativ gelöst bei dir oder klar? Ja, ähm, ich habe, äh, ich habe mich operieren lassen in Köln-Deutz im Eduardus-Krankenhaus beim Dr. Bruns, der, ja, ist, glaube ich, so Kreuzband-Spezialist und, ähm, hat auch schon viele Profis irgendwie operiert und, ja, es war auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Also ich habe mich da sehr gut aufgehoben gefühlt und auch bei ihm sehr gut aufgehoben gefühlt und, ähm, toi, 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 äh, habe, äh, ja, wenig Probleme mit dem Knie. Was heißt wenig? Ähm, ich habe immer noch ein bisschen Schmerzen, wenn ich in die maximale Beugung gehen will. Also ich kann den Fersensitz nicht mehr so hundertprozentig. Ähm. Können Männer gar nicht, deswegen. Geht auch ohne. Geht auch ohne, genau. Ähm, ja, und, also, ja, komm. Auch geknackt, es war besser, als ich dachte, ich muss ehrlich sagen, es war wirklich besser, als ich dachte. Komm, du wolltest nur zeigen, dass du es kannst. Ne, echt, das sind die Hundeabsitze. Ja. Das sind die Hunde, barfuß wäre hier Volker das Ruf. Ja. Ja, ähm. Und, genau, aber ich habe jetzt, also ich hatte nie große Probleme mit Schmerzen oder so im Knie. Also klar, nach der OP direkt ist normal. Ähm, aber ich hatte auch in dem Reha-Verlauf eigentlich nie krasse Rückschläge oder Probleme. Also die Reha verlief wirklich gut und ich stand auch so nach sechs Monaten, glaube ich, das erste Mal wieder auf dem Trainingsplatz. Hab da... Laufanheit oder irgendwas gemacht. Auch mit Ball schon, aber halt noch nicht mit Zweikämpfen und so. Ähm, aber stand zumindest schon mal wieder auf dem Fußballplatz. Ähm, genau. Und jetzt so im Nachhinein muss ich aber sagen, dass, oder mir hat mal, ich glaube es war sogar der Arzt in Leverkusen, ähm, hat mir mal gesagt, dass man doppelt so lange braucht, um zu seinen 100% zurückzukommen, wie man ausfällt. Wie man ausfällt, ja. So eine Faustregel. Ja, genau. Und, ähm, kann ich halt zu 100% bestätigen, ähm, weil ich quasi, ja, eigentlich erst so die, die Jahre danach, wo man dann dachte, okay, das Knie ist, das Knie an sich ist wieder gut, ähm, hab ich aber gemerkt, dass meine hintere Oberschenkelmuskulatur gefühlt weg war. Ähm. War leges Knie? Es war das linke Knie und, ähm, die... Plastik wurde mit der Sehne Tendinosis oder wie man sie nennt, gemacht. Da gibt's ja verschiedene Möglichkeiten, auch teilweise irgendwo dann, ne, ähm... Du kannst auch die Patellasehne nehmen. Patellasehne rausschneiden und dann quasi mit, oder whatever, ne, aber... Irgendwie so, genau. Und bei mir wurde auf jeden Fall die Sehne hier rausgezogen, irgendeine Sehne, die hier läuft, rausgezogen und als Kreuzband eingesetzt. Und... Ich hab sehr krasse Probleme, meinen linken hinteren Oberschenkel anzusteuern. Ähm, und so richtig dagegen gearbeitet haben wir jetzt tatsächlich auch erst, hab ich erst in Leipzig, dass, ja, ich irgendwie Abhilfe bekommen hab, sag ich mal, und sich da auch drauf konzentriert wurde, das zu stärken. Ich glaub, ich hatte, als ich nach Leipzig gekommen bin, hatte ich eine Differenz zwischen rechts und links von 40 Prozent. Ein Krafttest. Ja, ist halt krass. Damit würdest du normalerweise nach Area nicht auf den Platz kommen. Da, da... Boah, ich glaub, da bestehste teilweise nicht mal Medizincheck. Ja, so. Also, ich glaub, da sind schon Leute für weniger durchgefallen, aber... Oh, und das haben wir dann halt jetzt in dem, oder ja, in der Zeit in Leipzig haben wir das auf 6 Prozent runtergeschraubt. Ich frage mich manchmal so, ob man 6 Prozent merkt. Also jetzt auf dem Platz, keine Ahnung, mag sein, im Profisport wie bei dir, aber jetzt im Alltag oder so... Ich glaub, bewusst nicht. Also, glaub ich nicht, dass du's merken kannst. Ähm, genau, also es war... Ich hab halt quasi die Zeit dann, oder die Jahre dann danach gemerkt, okay, du hattest einfach eine schwere Verletzung. So, das Knie an sich war okay, aber das, was halt irgendwie drumherum war, war halt nicht mehr das, was es mal war. Na klar, hier fehlt irgendwo auch ein Stück. Ja, gut, ja, ja, ja. Ähm, und ja, wie gesagt, ich hatte einfach, oder hab auch immer noch teilweise Schwierigkeiten mit der Ansteuerung, aber es ist deutlich besser geworden und ich merke das, oder hab das halt ganz krass in der Zeit halt in Leipzig gemerkt, wie sich das entwickelt hat und wie sich das aufgebaut hat, wie ich auch in meinen Sprintwerten wieder besser geworden bin und, ja. Wie war's für dich hier, als Reha-Beginn anstand und du wusstest, ich hab mir ja eigentlich vor ein paar Wochen noch gesagt, ich schaff das nicht? Also, es war tatsächlich so, ich hab an dem, wie gesagt, an dem Tag, wo ich mir das Kreuzband gerissen hab, ist für mich eine Welt zusammengebrochen, aber mit dem Aufwachen am nächsten Tag war das irgendwie weg. Das war für mich, okay, das ist jetzt deine Aufgabe und du machst das jetzt und du ziehst es jetzt durch und du wirst zurück auf den Platz kommen, egal was passiert. Und ich weiß nicht, wie dieser, oder was in der Nacht passiert ist, dass ich dann, dass ich dann auf einmal diesen kompletten Perspektivwechsel, sag ich mal, oder, nee, nee, das passt jetzt nicht, aber diesen Einstellungswechsel irgendwie hatte. Wie ist denn das Fachwort? Doch ein Paradigmenwechsel in der Erzählung, in dem Narrativ, das du dir selbst gegeben hast. Ja, 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 ja. Ähm, ja, wie gesagt, ab dem Tag stand für mich fest, okay, das ist jetzt deine Aufgabe und du machst das jetzt und ich hab keine Wahl. Ja. So. Und damit bin ich dann aber auch relativ gut gefahren, also, ähm, ja, es war, es war dann okay, also es war, wie gesagt, ich hatte keine Wahl und musste halt irgendwie das Beste draus machen und ich hab schon das Gefühl, dass mir dieses positive Mindset geholfen hat, durch die Verletzung zu kommen und ohne Rückschläge irgendwie da durchzukommen und, ähm. Und in Mindestzeit, ne? Also wirklich, äh, also. Ja, ja, ähm, wobei ich schon sagen muss, bis ich dann wieder gespielt hab, waren es schon, glaub ich, acht, neun Monate, aber auch das, also es war völlig in Ordnung so, ich glaub, macht auch keinen Sinn, da irgendwie zu früh was dann zu riskieren. Der Drang ist groß, ne? Ja, sehr groß, aber am Ende hast du halt nichts von, wenn du dann... Ne, aber das ist jetzt relativ leicht, retrospektiv hier auf einer Couch zu sitzen, zu sagen, ja, ja, hey, da musst du ruhig bleiben und irgendwann, aber, ne, du siehst da Leute draußen rum jonglieren oder selbst, wenn du da irgendwo Kids hast, Grundschulkinder, die so Steine über die Brücke kicken, denkst du so... Das stimmt, ja. Ja, so, so. Das stimmt, aber, ähm, wie gesagt, also dieses positive, diese positiven Gedanken und das positive Mindset hat mir da schon extrem geholfen, irgendwie die Zeit gut zu überstehen und, ja. Und dann kam trotzdem irgendwann der, der Wechsel ja nach Leipzig, ähm, hast du nochmal danach für Leverkusen Bundesligaspiele machen können? Nach der Verletzung? Nach der Verletzung? Ja, ähm... Warte, ich muss kurz überlegen, ähm... Also es war so, dass, das war diese blöde Corona-Saison, wo Corona das erste Mal so hochgekommen ist, aufgetaucht ist, ähm, also 2019 hab ich mir das Kreuzband gerissen, ähm, hab dann... Boah, nee, ich... Naja, du weißt ja, du bist 1921 rüber, bist du nach Leipzig, ne? Genau, hab Ende 2019 meinen ersten Kurzeinsatz wieder gehabt, ähm, quasi mein Comeback, ähm, genau, und dann ging's ins Jahr 2020, 2020 kam Corona, ne? Mhm. Ja, Anfang 2020, ne? Der erste Lockdown war am 16. März, das weiß ich ziemlich genau, ja. Ja, genau, wir hatten dann Winterpause, Wintervorbereitung, ähm, dann hab ich, glaub ich, die ersten Spiele nicht gespielt, und dann hatten wir, hätten wir Mittwochs Pokalspiel gegen Hoffenheim gehabt. Der Trainer kam irgendwie Anfang der Woche, glaub ich, zu mir, oder kurz vorher zu mir und meinte, du spielst Mittwoch, du spielst von Anfang an, du hast dich zurückgekämpft. Geil, wiederverdient und, ja. Genau. So, Spiel abgesagt, Corona. Ich so, fuck. Ähm, war halt einfach ein scheiß Zeitpunkt, ähm, dann gab's ja diesen, Bundesliga wurde ja ausgesetzt, Lockdown, ich glaub, wir waren, ich war, glaub ich, auch über zwei Monate oder so zu Hause, weil wir so lange nicht mit der Mannschaft trainieren durften. Genau, das war, überleg mal, das ist jetzt vier Jahre schon wieder her, das war so wild, die da irgendwelche Videos in den Nachrichten, wie die da auf dem Hometrainer sitzen und alle mit Teams und im Zoom-Call und, ey. Ich muss sagen, für mich war das tatsächlich echt eine schöne Zeit, weil ich halt zwei Monate zu Hause war, bei meinen Eltern, und so lange war ich schon ewig nicht mehr am Stück zu Hause. Dann ist es auch super, natürlich, also ich hab auch das Glück gehabt, ich hab zumindest in einer Zweier-WG mit meinem damaligen besten Freund gewohnt, ähm, so, das, das ging immer, und man durfte ja zumindest auch, äh, zu seiner Partnerin dann, das war ja, also beziehungsweise, das durfte man ja alles, das war damals, zum damaligen Zeitpunkt, hatte ich da quasi zwei Bezugspätze, und so, das ging schon, aber Family hätte ich auch bevorzugt, klar, aber ich hab ja hier gearbeitet, und, aber gut, du konntest ja nicht, du warst ja, du konntest ja quasi optimal. Studium zu Hause, klar. Genau, und ich war halt zwei Monate am Stück zu Hause, und es war echt eine schöne Zeit, also, in der Familie, es war wirklich schön. Wenn alle gesund auch bleiben, vor allem, sag ich mal, ne, und klar. Ja, und genau, dann ging es irgendwann los, dass wir so Zweiertrainings-Einheiten hatten, also wir haben immer zu zweit trainiert, da gab es immer so Slots und man durfte nur hintereinander kommen und man durfte sich nicht in der Kabine begegnen. Genau, und dann teilweise auch, ja, Kabine 1, 2, 3, 4 und die Vierte ist gerade belegt, dann wurden die ersten drei desinfiziert für den nächsten, ey. Wild, ganz wild. Und das war normal, ne, das war zwei, drei Jahre völligst, aber ein halbes Jahr völligst legitim. Machen wir jetzt so und Punkt. Ja, genau, dann hatten wir diese Zweier-Einheiten quasi und dann ging es irgendwann wieder Richtung, oder wir mussten dann glaube ich noch eine Woche ins Corona-Trainingslager, da waren wir dann in Quarantäne quasi. Genau, alle zusammen wieder, aber dann, boah, bis dann irgendwann die Bundesliga wieder losgehen durfte. Und das erste Spiel nach diesem Corona-Lockdown stand ich dann halt in der Startelf, da hat der Trainer mich auch, als er die Aufstellung so präsentiert hat, hat er mich auch vor allem gelobt und meinte, ja, wirklich gute Einheiten gehabt in diesen Zweier-Trainings-Einheiten. Ja, gerade das Stellungsspiel war wirklich irre gut, ja, die Manndeckung hat perfekt funktioniert. Also wirklich, ja, so vor allem quasi das hervorgehoben. Ähm, genau, ich hab dann auch, äh, genau, hab in der Startelf gespielt, wir haben gegen Duisburg gespielt, was für uns ein wichtiges Spiel war, weil beide Mannschaften so unten drin waren. Ähm, und genau, hab dann glaube ich, ich glaub wir haben 1-1 gespielt. Und ich hab 80 Minuten, glaub ich, gespielt, rechte Außenverteidigung und die linke Außenverteidigerin wurde zur Halbzeit rausgenommen, ähm, weil der Trainer so unzufrieden war. Ja, und, ähm, dann stand quasi das nächste Spiel an und da hat der Trainer mir dann mitgeteilt, dass ich, dass ich nicht spiele, weil ich irgendwie nicht in die Zweikämpfe gegangen bin. Ähm, und die andere Außenverteidigerin, die aber zur Halbzeit ausgewechselt wurde, weil er so unzufrieden war, die hat jeder gespielt. Ach, das ist ein Trainer-Business, ne? Ja, und das war so, also ja, ich hab wieder gespielt, ähm, 1. Bundesliga, aber, äh... Das war auch der Knackpunkt dann quasi, da ab dem Zeitpunkt dann... Ja, ab da hat dann auch schon eine harte Zeit für mich angefangen. Im Kopf? Ja, ja, im Kopf, emotional, ähm, weil sich das dann tatsächlich so immer weiterentwickelt hat, dass ich dann auch gar nicht mehr im Kader war. Weil wir teilweise, also wir hatten dann irgendwann einen Kader gefühlt von 30 Leuten, wo pro Woche dann zwölf Leute raus mussten, wenn alle fit waren. 18 das Maximal, ne? Den du melden darfst? Äh, ja. Ja, boah, ja. Ja, und dann wurde mir halt immer so dieses vorgeworfen, dass ich nicht in die Zweikämpfe gehen würde und, ähm, dass ich, dass man sieht, dass ich Angst hätte und ich hatte nie das Gefühl, dass ich halt Angst hatte. Also eben durch diesen Kreuzbandriss, weil, wie gesagt, das ist im Zweikampf passiert. Und ich persönlich hatte eigentlich nie das Gefühl, dass ich Angst hatte. Sicherlich war ich am Anfang vorsichtig, aber ich hatte keine Angst. Und dann hast du immer wieder dieses gehört, ja, du gehst nicht in die Zweikämpfe, du hast, man sieht, dass du Angst hast, du, du knallst nicht richtig rein. Und wenn dir das immer wieder gesagt wird und immer wieder als Begründung genannt wird, glaubst du das halt irgendwann selbst. Irgendwann glaubt man es, genau. Aber hast du, das war jetzt eine Trainerstimme, hast du nicht, also hast du nicht auch mit, kann man noch so oft sagen, Fußball, Mannschaftssport, blieblablub, ja, ja, heutzutage sind es trotzdem alles Ich-AGs, das, das weißt du, das weiß ich, das ist einfach so, häufig. Aber es gibt ja trotzdem auch ehrliche Mitspielerinnen, die, die du hättest ja mal fragen können, oder? So nach dem Motto, hey, wie seht denn ihr das? Oder wie siehst denn du das? Also, Ja, habe ich auch gemacht. Also, wie gesagt, das Ganze hat sich dann wirklich dahin entwickelt, dass ich teilweise, also, nicht teilweise, dass ich monatelang nicht mehr im Kader war, jedes Spiel von der Tribüne ausgeguckt habe, was sehr, sehr hart war für mich. Also, ähm, am Anfang trifft es dich noch sehr. Irgendwann bist du dann an dem Punkt, wo du, ich will nicht sagen, dich drüber lustig machst, aber wo wir schon so, auch unsere Truppe irgendwie gefunden haben, die Mädels, die halt nie dabei waren. Das ist so Resignation, ne? Genau. So richtig so ein, ja, ja, ja. Dass du irgendwann denkst, komm. So, und dann haben wir, genau, wir haben uns dann auch irgendwann, ja, einen Spaß draus gemacht. Wir hatten dann die geilsten Trainingseinheiten, wenn nur wir zusammen trainiert haben, weil wir dann immer nach den Spielen, oder, also am nächsten Tag Spielersatztraining hatten. Ja, man wollte gerade sagen, ihr hattet Spielersatztraining logischerweise. Das waren die geilsten Einheiten. Wir hatten so einen Spaß und es war so, ja, cool und hat irgendwie dann auch, ja, einem durch die Situation so geholfen, weil es auch einfach mehreren Spielerinnen so erging. Ähm, trotzdem habe ich mich aber nie aufgegeben. Also, ich habe immer im Training 100 Prozent gegeben. Ich habe immer gesagt, oder, es gab, glaube ich, am Anfang, als das passiert ist, gab es schon so eine Phase, wo ich, so kurz Down hatte und dann leistungstechnisch auch nicht mehr so auf Top-Niveau war. Aber irgendwann bin ich halt an den Punkt gekommen, wo ich mir dachte, boah, ich zeig's dir jetzt erst recht. Was, was glaubst du eigentlich, wie du mich hier bewerten kannst? Und, ähm, habe dann wirklich gute Einheiten absolviert und ich bin ein sehr, sehr, sehr selbstkritischer Mensch. Ähm, aber irgendwann bin ich an diesen Punkt gekommen, wo ich dachte, ey, was soll ich noch machen? Du kannst ihn machen, was du willst, ja. Ja, ich kann machen, was ich will und der Typ lässt mich nicht spielen. Der, nicht mal in Kader, der lässt mich nicht mal in Kader. So, das wäre ja immer der erste Schritt gewesen, dass ich mal wieder in den Kader komme. Ähm, ja, und natürlich habe ich dann auch mit meinen Mitspielerinnen gesprochen und teilweise kamen die auch von alleine auf mich zu und haben versucht, mich irgendwie aufzubauen und zu sagen, hey, mach weiter. Ich weiß, es ist hart, mach weiter. Mach's jetzt für dich. Genau, mach's für dich, mach's für dich. Mach's für dich, mach's für dich. Du wirst belohnt werden und... Vielleicht nicht hier, aber... Genau, genau. Und, ähm, klar, also ich würde überhaupt nicht kennen mittlerweile beide Situationen. Einmal die, wo du halt diejenige bist, wo die Spielerinnen auf dich zukommen und sagen, komm, zieh durch, mach weiter. Und die, wo du bist, wo du das halt zu Spielerinnen sagst. Und auch das, und das ist mir egal, ob es jetzt irgendjemanden da draußen nervt, weil ich das, ich habe das mit Alex Sorge das Thema besprochen und auch mit Marcel Hilsner jetzt. Und das Gleiche ist ja auch bei dir, genau der gleiche Fakt, du wirst nicht eingesetzt, weil es ein Trainer-Business ist. Eine andere Spielerin hat vorher keine Rolle gespielt. Ja. Und die sagt sich jetzt, brutal, warst du ein Typ, warst du ein Coach, endlich sieht's mal einer. Ja. Das ist so ein Scheiß in diesem Geschäft auch teilweise. Ähm, deswegen, ich bin überhaupt kein Freund, Trainer irgendwie schnell zu entlassen und Gottes Willen, ich finde das total schlimm, aber auf der anderen Seite denke ich mir so, manchmal vergisst man auch, wie viel Macht ein Trainer einfach hat oder eine Trainerin. Ja. Ähm, und dass der entsprechend auch diese Verantwortung trägt, eben über ganze Karrieren teilweise zu bestimmen oder zu entscheiden, je nachdem, zieht er die Position, zieht er die Spielerin irgendwo anders hin. Ähm, ein halbes Jahr auf die Tribüne und so weiter und so fort, der kann über das Schicksal von 70, 80, 90 Menschenleben in einer Trainerlaufbahn über 5, 6 Jahre entscheiden. Ja. Boah, und dafür finde ich dann schon, dass es dann adäquat ist, dass er der Erste ist, der entsprechend dann vielleicht auch dann damit klarkommen muss, erstmal wieder auf dem Arbeitsmarkt zu sein. Mhm. Ohne, dass ich das befürworte generell, diese schnelle, um Gottes Willen, aber die Verantwortung ist halt schon krass. Definitiv, ja. So. Ja, und es war halt dann, also sicherlich, Spielerinnen sind zu mir gekommen und haben gesagt, mach das für dich, mach weiter, du bist gut, du bist, du trainierst gut, mehr kannst du nicht machen. Du kannst nur jeden Tag aufs Neue ihm beweisen und zeigen, dass du gut bist. Und dir selbst, ja. Genau, mir selbst. Und tatsächlich ging das, also ich bin auch, oder ich habe in der Zeit auch mit einer Sportpsychologin dann zusammengearbeitet, individuell. Davor war es immer so, dass ich das viel so irgendwie mit Mannschaften gemacht habe oder wir haben das auch auf dem Internat damals gemacht, dass wir die Möglichkeit hatten. Mhm. Und da war es so das erste Mal, dass ich das für mich gemacht habe, ganz, ganz individuell auf meine Situation ausgerichtet quasi. Und die hat mir da auch extrem geholfen, was Gespräche führen mit dem Trainer angeht. Weil ich halt teilweise auch das Gefühl hatte, ich gehe zu ihm hin und er kann mir keine Argumente geben. Also ich weiß eine Situation, ich bin, da ging es irgendwie, der Kader wurde bekannt gegeben. Und kurz bevor er den Kader eben bekannt gegeben hat, hat der Trainer vor allem gesagt, dass die Bestimmung des Kaders auf der Trainingsleistung der letzten zwei Wochen beruht. Was ja per se erstmal auch so sein sollte, vielleicht ein bisschen. Genau, genau. So, und ich für mich habe eben das empfunden, dass ich diese zwei Wochen wirklich sehr gut trainiert habe. Ja. Ich war nicht im Kader. Ja, ja, ja. Dann bin ich zu ihm hingegangen und habe gesagt, hey. Komisch. Du sagst, dass der Kader auf den letzten zwei Wochen beruht, du lobst mich die letzten zwei Wochen gefühlt durchweg und jetzt bin ich nicht im Kader. Und seine Antwort war dann, ja, es reicht nicht, dass du mal zwei Wochen gut bist. Das musst du erstmal aufbauen. Und ich mir denke, hä? Du erzählst mir gerade oder erzählst allen, dass der Kader auf den letzten zwei Wochen beruht und dann wird bei mir aber mit anderen, also mit zwei allein Maß gemessen. Und da zählen dann die zwei Wochen nicht. Und solche Dinge sind halt ständig vorgefallen. Oder dann bin ich zu ihm hingegangen und habe gefragt, ja, was muss ich denn besser machen? Und statt, dass er mir dann Punkte nennt, war seine einzige Aussage, die beiden Spielerinnen, die auf meiner Position spielen, sind in allen Bereichen besser als ich. Und da habe ich dann gesagt, da habe ich dann gesagt, schon alleine aus der Leistungsdiagnostik, Sprintwerte, das war so ein Beispiel, kannst du gar nicht sagen, dass sie in allen Bereichen besser sind. Und weil ich auf dem Papier, schwarz auf weiß, in den Bereichen besser bin. Klar kannst du das nicht so richtig aufs Feld übertragen. Wie rum, larum, aber es ist halt, also er weiß ja selbst, dass das nicht stimmt. Oder ich will jetzt nicht gegen ihn, ich kenne ihn nicht, weiß nicht mehr. Ist auch egal, wer es ist. Richtig, genau. Ich gucke das Video dann gleich nach. Wodurch, frag dich auf der Rückfahrt. Aber also unabhängig davon, dass er ja weiß, oder dass ein Mensch in dem Moment weiß, wenn er so eine Aussage tätigt, mit so einer Ausschließlichkeit dahinter, dass das totaler Bullshit ist, ist das ja auch menschlich einfach schwach. Also finde ich persönlich, sich so dahinter zu verstecken, hinter, also das ist ja auch ein Zeichen von Schwäche einfach, finde ich persönlich. Aber wie gesagt, das ist halt, ja, also du hast es ja mental trotzdem geschafft irgendwie, auch wenn es vielleicht hart war, trotzdem ja gerade zu bleiben. So, und wir haben ja, du hast mir auch eben genau das ja auch schon mal gesagt gehabt, ne, in dem Gespräch, dieses jetzt erst recht und dieses, und das war dann quasi für dich der, der ausschlaggebende Punkt auch, dann zu sagen, jetzt nochmal einen Schritt zurück zum damaligen Zeitpunkt. Ich hatte keine Perspektive mehr in Leverkusen. Also es war. Und Leipzig ist schöner? Definitiv. Und dann war quasi die, wie kommt der Kontakt zustande? Also wie gesagt, ich habe halt gar nicht mehr gespielt. Leipzig war zu dem Zeitpunkt schon in der zweiten Liga. Hat sich ja kontinuierlich die Jahre hochgearbeitet. Und ja, war halt auf der Suche nach Verstärkung. Hast du eine Mail geschrieben? Nee, du bist ja nicht, tatsächlich. Probe drehen, ich musste dich da auch nicht mehr absolvieren. Nee, also der Kontakt kam quasi über meinen Berater dann. Der war dann schon in der Spur, hat schon, okay. Genau. Und ja, Viola hat sich quasi, also Managerin von RB Frauenfußball. Wer jetzt hier immer noch zuhört und zuguckt und Viola Olebrecht nicht kennt, dann ist das jetzt der Zeitpunkt für die Pause-Taste. Für einen neuen Tab, für Google. Und dann zurück. Genau, also die... Und dann sich kurz schämen, das vielleicht noch. Genau. Genau, der hat sich halt dann bei meinem Berater gemeldet und Interesse geäußert. Hat mich natürlich mega gefreut. Also man hat das schon so mitbekommen, was Leipzig die Jahre davor aufgebaut hat, entwickelt hat. Und ja, wie sie sportlich auch abgeschnitten haben und ja... Ich glaube so spätestens, glaube ich, ab Anja Mittag. Ja. Ich glaube, spätestens ab dem Wechsel war dann so boom. Ja. Das war ein Statement da... Ja, stimmt. Das stimmt. Ja, deshalb. Also es hat mich wirklich gefreut, so auch einfach die Option zu haben und dieses Gefühl, du wirst gewollt quasi. Du wirst gebraucht. Jemand hat Interesse an dir und deiner Leistung. Und ja, für mich war auch relativ schnell klar, dass ich das auf jeden Fall machen will. Ich hätte noch ein, zwei andere Optionen gehabt. In Deutschland? Sowohl in Deutschland als auch im Ausland. Was für Ausland? Österreich. Okay. Und Schweiz. Kam aber für mich nicht in Frage so. Also hat mich einfach zu dem Zeitpunkt nicht interessiert. Und ja, ich wollte es auch einfach mir selber nochmal beweisen. Und ja, vor allem irgendwie mir selber, dass ich es kann, dass ich Erste Bundesliga spielen kann, wo Leipzig ja langfristig hin wollte. Das war dann schon klar für dich auch. Das Aufstiegsziel war dann auch so kommuniziert. Hat ja jeder gewusst. Also, sagen wir mal ehrlich, das brauchen wir jetzt nicht groß, Professor Doktor Fußball sein. Ja, es war schon klar, dass Leipzig da langfristig hin will. Genau. Und genau halt, dadurch, dass ich einfach in Leverkusen am Ende dieses Gefühl bekommen habe, du kannst keine Erste Bundesliga spielen, du bist zu schlecht dafür, hatte ich erstens keine Wahl, also da zu bleiben. Das war für mich keine Option. Und ja, wie gesagt, ich wollte es einfach mir selbst auch beweisen, dass ich es kann. Und also, weil es gab Jahre davor, habe ich es auch schon gezeigt. Sicherlich war ich, wo ich jung war, wo ich meine ersten Bundesliga-Jahre da, meine zweite, also es war glaube ich meine zweite Saison, da habe ich fast jedes Spiel 90 Minuten gespielt. 50 Bundesliga-Spiele sind kein Unfall mehr. Ja, kann man so sagen. Aber trotzdem glaubst du es halt wieder irgendwann, wenn du Woche für Woche nicht im Kader bist, wenn dir immer wieder gesagt wird, andere sind besser als du und du gefühlt kannst nichts so, alle anderen können alles besser, dann glaubst du das irgendwann. Dann glaubst du es irgendwann. Dann Neuaufbau, dann Leipzig. Genau. Sowohl vom hinteren Oberschenkel. Ja, geht. Das ist der eine wichtige Punkt. Richtig. Ja, jetzt bist du hier, jetzt geht es ab. Ihr seid aufgestiegen letztes Jahr, groß gefeiert. Was war das für ein Gefühl? Ich frage mal. Also war auch ein kleines bisschen, ein kleines bisschen, man sollte das nie aus solchen Gründen machen, aber war auch ein kleines bisschen Genugtuung dabei, wieder Bundesliga zu spielen oder auch, ich weiß nicht, ob das noch der aktuelle Trainer ist, wie gesagt, das machen wir jetzt auch nicht groß auf, das Fass. Aber als du gegen Leverkusen gespielt hast, wieder Bundesliga auf der anderen Seite, war das schon so ein ... Also ich muss dazu sagen, dass ich in meinem ersten Jahr in Leipzig, haben wir im Pokal schon gegen Leverkusen gespielt. Stimmt, wusste ich, habe ja recherchiert. Richtig, top informiert. Richtig. Das war quasi so die erste Begegnung mit dem alten Verein und das war schon sehr besonders für mich. Einerseits war es halt dieses, okay, ich will euch jetzt zeigen, ich kann mit euch mithalten. Andererseits war es aber auch dieses viele bekannte Gesichter, viele Freunde auch, die man gefunden hat und es war ja auch, es war auch eine schöne Zeit in Leverkusen, keine Frage. Lange auch, ne? Lange. Also von 15 bis 6 Jahre, bis 21. Ja. Die Zeit hat mich sehr geprägt und ich würde diese Zeit auch nicht missen wollen, weil es einfach Erfahrungen sind, die man, glaube ich, auch sammeln muss. Dafür ist, glaube ich, genau diese Lebensspanne auch da. Genau. Und genau, das war so diese erste Begegnung. Da haben wir dann 3-1 verloren, aber es stand lange 1-1 und ja, haben dann einfach hinten raus die Kräfte gefehlt und sicherlich auch die Qualität irgendwo gefehlt. Das war auch. In Leverkusen war das hier? Ne, das war in Leipzig, in Markrandstedt noch. Also es war schon sehr besonders, aber es war halt Pokal, es war ja nochmal was anderes so als Liga. Und dann haben wir jetzt in der Hinrunde in Leverkusen gespielt. Das war natürlich auch wieder besonders, einfach auch an der alten Wirkungsstätte irgendwie zu sein, die Kabinen zu kennen, den Weg zum Platz zu kennen, wo du in Leverkusen, die spielen ja im Ulrich-Haberland-Stadion, das ist direkt neben der Bayarena. Ja. Und du läufst aber durch die Tiefgarage durch, um auf den Platz zu kommen und den Weg bin ich halt zigtausendmal gegangen. Und es ist einfach, es war schon schön, wieder da zu sein und auch wieder die alten Gesichter oder die, die noch da sind, sind viele auch nicht mehr da, muss man auch dazu sagen. Okay. Ich habe nicht mehr genugtuung, sondern eher allgemein, als ich gemerkt habe, okay, du kriegst deine Spielzeit wieder in der ersten Liga, dass ich allgemein gedacht habe, gar nicht, ich habe auch gar nicht mehr an den Trainer gedacht. Ist ja aber gut, ist ja aber gut, es soll ja eigentlich auch nicht so sein. Genau, sondern ich habe einfach für mich, ja, es war für mich irgendwie, ja, Genugtuung zu wissen, du kannst erste Bundesliga spielen und du kannst auch gute Spiele in der ersten Bundesliga machen. Du bist auch stolz einfach, ne? Genau. Du kannst auch Tore schießen in der ersten Bundesliga. Richtig, es war der zweite Spieltag und auf einmal stand ich zur Wahl des Spielerinnen des Spieltags mit, ich glaube, da werden immer drei oder vier Spielerinnen aufgelistet. Ich glaube, zusammen mit Vanessa Fudala, weil die halt, also... Ne, ich glaube, sie war tatsächlich sogar nicht dabei. Aber die hat auch die Dinger rein, die hat auch zwei Traumtore geschossen. Ja, sie hat zwei Traumtore geschossen, aber es war eben... Das reicht mir ja nicht mehr. Es war irgendeine andere Stürmerin, die hat, glaube ich, drei oder vier Tore geschossen, deshalb war die halt da drin. Das weiß ich noch, da habe ich gedacht. Ich habe die Flugbahn von dem zweiten immer noch nicht verstanden, ehrlich gesagt. Ja, linker Zauberfuß. Völlig absurd, ehrlich gesagt. Aber deiner war ja auch, war ein Volley, ne? Ja, es war, ja, nach einer Ecke, einer abgefälschten Ecke Volley genommen. Genau, und da war es einfach so generell dieses Gefühl, du kannst es, so. Auch wenn jemand sagt, du kannst es nicht, oder nur weil eine Person sagt, du kannst es nicht, glaubt dieser Person nicht. Du kannst es. Hör auf dich selber und vertraue auch in dich selber. Und, ja, das war, ja, das war so das Gefühl, was, was irgendwie, was schön war, was, ja, einfach, auch so ein bisschen Demut irgendwie, glaube ich, so, das Dankbarkeit, diese... Ja, und trotzdem ja auch stolzbestimmt, ich meine trotzdem, es ist ja trotzdem alles, das ist ja alles nach einem Kreuzbandriss passiert, ne? Und man hört meistens dann die Geschichten, die gut funktioniert haben, nämlich, dass man dann nach dem Kreuzbandriss zurückgekommen ist und noch spielt, überhaupt noch spielt erstmal, das ist schon mal, ne? Das eine, das eine, und dann eben aber halt auch erfolgreich, das heißt eben trotzdem weiter im Profigeschäft, erste Liga, zweite Liga, bei den Männern dritte Liga, whatever. Das ist ja allein schon ein Riesending, so. Und jetzt, wie du halt sagst, ne, ich hab nur bei Sokordonna, glaube ich, gelesen, du hast ja nahezu alle Minuten voll auch. Also ist ja auch... In Leipzig jetzt meinst du, ja. Du bist ja unangefochtene Stammspielerin. Ja, bis jetzt, ja. In der IV, jetzt halt, ja. Äh, jein, ich finde, die Hinrunde habe ich tatsächlich auch viel auf der Außenverteidigung wieder gespielt. Ja, da muss ich aber sagen, da stimmt bei Google langsam mal die realtaktischen Aufschauen nicht mehr, weil du standst immer in der Mitte. Aber ist egal, es wird schon so sein, ich war ja nur bei... Dann kannst du dich auch nicht informieren, ne, wenn da so ein Schott steht. Ne, wirklich, bei Google, wirklich, das ist ja wirklich... Wie soll ich das denn noch machen? Ja, also... Ne, bei noch. Ne, gut, ich war ja wirklich nur bei zwei Spielen in der... Da hast du aber, glaube ich, also für mich ersichtlich als taktische Vollleihe in der Mitte verteidigt. Ja, das stimmt, gegen Essen war ich. Gegen Essen und gegen Bayern war ich. Ja, doch. Gegen Bayern haben wir mit Fünferkette gespielt. Da war ich halb rechts. Ne, das ist doch, da haben wir beide recht. Halb rechts, da haben wir beide recht. Nee, aber es war jetzt nicht so, dass ich halt diese Genugtuung dann unbedingt gegen Leverkusen hatte, sondern eher allgemein dieses Gefühl, du kannst es doch. Und klar freut es mich dann, wenn man irgendwie dem alten Verein irgendwo einen auswischt oder einen Punkt klaut. Es ist immer was Besonderes, es ist auch in der Kreisliga was Besonderes. Also egal welche Spielklasse, wenn du gegen deine Ex-Kolleginnen oder Kollegen zockst, da bist du, oder in der Schule gegen Klassenkameraden. Ja. Ey, wir hatten 15 Typen in der Schulklasse, davon 13 Fußballer, alle im Kreis, zumindest noch so in der D-Jugend, C-Jugend. Und es hat immer jemand gegen irgendjemanden gespielt. Es gab Montag, Dienstag immer Krieg in der Schule. Es war im, es wurde, wir haben nie mal alle miteinander geredet. Sommerpause, ja, oder Winterpause. Aber sonst, ey, das gehört dazu. Das gehört dazu, das muss sein. Ja, dafür bist du ja auch irgendwie Sportler und hast diesen Ehrgeiz auch dann generell immer zu gewinnen. Und wenn es dann irgendwie noch gegen einen alten Verein ist, wo es dann vielleicht auch am Ende nicht mehr so optimal lief und wo dir halt solche, ich will jetzt nicht sagen eingeredet wurden, aber wo du einfach das Gefühl mitbekommen hast, hey, es reicht nicht. Ja. Und wenn du dann gegen den Verein zeigen kannst, hey, es reicht doch. Es reicht doch, ja. Dann ist das halt schon ein schönes Gefühl irgendwie. Ich hab das auch, ich war in, sag ich das, ich sag das einfach jetzt. Sagen wir mal allgemein bei einem Sender in Berlin. Und hab mich da auch sehr, sehr untergraben gefühlt. Also ich kann voll nachvollziehen, dass man, dass man jetzt, wenn wir gerade in dem Podcast-Setting hier, dass ich extrem entspannt bin und dass da eben vielleicht auch mal der Dialekt ein bisschen mehr durchkommt. Und alles in Ordnung. Und da wurde mir abgesagt, nachdem ich da drei, vier, fünf Mal nach Berlin geballert bin, so nach dem, mit so einem Halbsatz, dass mein Dialekt einfach für den Berliner Markt nicht tragbar ist. So, und dann, ein halbes Jahr später, bei dem Spiel, wo du das Tor auch gemacht hast gegen Essen, eine Live-Schalte zu machen für die ARD, die ja über Hamburg läuft. Und dort aufs Ohr gesagt zu bekommen, krass, dass du, dass du aus Sachsen kommst, weil das klingt komplett hochdeutsch. Ich hab in mir, ich hab so viel Fiktis in mir drin verteilt, wirklich, das kannst du dir nicht vorstellen. Das kannst du, doch, du kannst dir vorstellen. Aber es ist, du kannst mir sehr gut vorstellen, aber es war wirklich genau das. Und ich sag, hey, und dann ist es jetzt rückblickend, ne, völlig so in Ordnung. Und was mich so sehr gekränkt hat, war halt, dass ich eben auch geglaubt habe, okay, hey, ich hab jetzt seit sieben Jahren, kämpfe ich gegen diesen Dialekt an. Und ich weiß ganz genau, es gibt emotionale Momente, da, ja, da driften wir noch ein kleines bisschen ab. Aber ich behaupte schon, wenn ich es drauf anlege, 98% sind clean. Und deswegen, aber ich hab dann auch gedacht, okay, scheiße, vielleicht ist es wirklich nach sechs Jahren, nach sieben Jahren, vielleicht, du kannst es gar nicht schaffen auf dem deutschen Markt, so, weil das ist ja, nee, ja. Und inzwischen hab ich Events in Köln gemacht, ich mach jetzt eins in Berlin wieder nächsten Monat und denk mir jetzt so, ja, ihr habt alle, keine Ahnung. Oder habt die schon, formulieren wir es besser, aber habt vielleicht einen Grund vorgeschoben, weil ihr nicht den Schneider, den echten Grund zu sagen, den ich auch vertragen hätte, das kann ich nur so sagen. Aber deswegen, ich führe das komplett nach, ja. Aber jetzt bist du hier, du hast noch Vertrag bis 25. Genau. Und im besten Fußballalter. Ja. Naja, ich weiß nicht, gibt es bei Frauen einen Unterschied zu Männern? Nee, ist doch, oder? Also, ich weiß nicht. Also, es verschiebt sich immer ein bisschen weiter nach hinten, würde ich sagen. Das sowieso, ja. Mittlerweile ist es schon so, dass viele so bis 32, 33, 34 spielen. Bei euch ja auch, aber das ist ja auch bei Männern der Schnitt, ich glaube, also, da hat man ja auch meistens die besonderen Fälle im Kopf, wenn es darum geht, Karriereende mit, 37, 38, Torhüter okay. Ja. Ja, noch ein bisschen später, aber zum Beispiel Nadine Angerer hat ja auch im Tor ewig lang gehalten. Ja. So, deswegen, das haut schon hin. Ich habe null Zeitgefühl, aber möchte trotzdem erstmal Danke sagen und dann renne ich kurz zur Uhr und vielen, vielen Dank für die Zeit. Ich freue mich, dass es endlich geklappt hat. Ach, nicht endlich, aber dass es überhaupt geklappt hat. Ich finde es cool, dass wir noch eine Rückfahrt haben, weil da kann man, ich habe noch ein paar Fragen, die aber ja auch, das ist egal. Aber nein, das letzte Wort bei mir hat immer der Gast. Du kannst hier Leute grüßen, du kannst Werbung machen für alles und jeden. Es ist alles verlinkt von dir natürlich, was du, wo du sagst, das, 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 bitte. Es ist deine Bühne. Ich sage nur wirklich Dank und es hat mir sehr viel Freude bereitet. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich hatte heute Morgen Training und tatsächlich wurde ich angehalten zu grüßen. Deshalb jetzt hier meine Grüße, Elvira Herzog. Ich hoffe, du hörst den Podcast auch bis zum Ende. Ja, und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn der ein oder andere, die ein oder andere, mal nach Leipzig an den Kotterweg zu unserem Heimspiel kommt und uns tatkräftig unterstützt. Genau. Das war's. Wir können jetzt kein Spiel nennen, weil ich weiß nicht, wann ich es hochlade. Das nächste Spiel ist gegen. Stimmt, scheiße. Stimmt. Mal schauen. Ja, es sind noch ein paar. Es sind noch ein paar. Es gibt auch noch eine neue Saison. Stimmt, ja. Nächstes Jahr gibt es auch noch. Am 18.02. hoffe ich sehr, dass ich da kommen kann. Da stand jetzt frei, da kommt Frankfurt. Ah, ja. Da kommt Frankfurt. Und bis dahin schaffe ich es auch. Also dann ist es vielleicht Frankfurt. Das Wochenende davor dann quasi online. Ich müsste der 18.02. sein. Jetzt bin ich gespannt, wie lange das ging. Ich habe nämlich auch gar kein Zeitgefühl. Ja, 1.40. Oh, krass. Krass, ja. Ja, 1.40. Ich würde ich pessoas... Vielen Dank.